Hier siehst du jetzt gleich die Livestream-Aufzeichnung der Einrichtung eines ADA 60P von Jörg Buhlmann von European Aquaristics im Rahmen des ADA und DUA-Workshops, der bei Garnelaxia in Wien stattfand. Viel Spaß damit! Was Sie machen sollten, wenn Sie sich ein neues Aquarium einrichten möchten, Glück haben, dass Sie so einen Händler haben hier vor Ort, wo Sie die meisten Sachen finden und vielleicht entscheiden Sie sich dann auch für ADA. Auch das bleibt bei Ihnen. Ich möchte den praktischen Teil heute an einer Standardgröße der ADA-Becken oder Aquarien einmal aufzeigen, an einem 60P. Auch die Maße sind alle so ein bisschen anders, da kann man auch einen Alleinvortrag darüber machen, die sich basieren nämlich unter anderem auf der Philosophie des goldenen Schnitts. Da gibt es glaube ich viele Maler, die da viel besser was sagen können, was der goldene Schnitt ist, deswegen maße ich mir das nicht an. Aber diese Aquarienmaße sind auch etwas anders. In Europa wäre das Maß für dieses Becken 60 x 30 x 30 cm. Länge über Breite mal höher. Dieses ist 60 x 30 x 36 cm. Und ganz egal warum das so ist, ich bin kein Chirurg oder Neuroanalytiker oder irgendwie sowas. Für den menschlichen Geist, der empfindet das als größer. Jeder hat immer das Gefühl, das ist ein Riesending, obwohl eigentlich nur 6 cm mehr Höhe sind, als die Standard-Aquarien, die man vielleicht in Europa findet. So zum Beispiel ist das nächste Maß von ADA als 90 x 45 x 45. Das nächste Maß ist dann 1,20 x 45. Diese Maße sind alle auf diese Balance ausgerichtet. Und der Vertrachter empfindet das tatsächlich als größer. Das ist so, warum das so ist, kann ich gar nicht erläutern, aber Amano hat das entwickelt. Darum, warum das so ist. Und er hat auch diese Art der Aquarien entwickelt, das sind die Weißglas-Aquarien, die anders sind als die Aquarien, die sich vielleicht in Europa oder früher gewöhnt waren. Das waren Floatglas-Aquarien, sind es heute noch, die haben diesen Grünstick. Und die haben auch hier eine andere Verklebung. Wenn Sie die Art der Verklebung und der Kanten dann irgendwann sehen und erfüllen oder gründen können, dann sehen Sie, dass das irgendwie was anderes ist. Amano hat das hier gemacht, damit er die besser fotografieren konnte. Er hat einfach gesagt, mit dieser schwarzen Klebekante, da kann er keine Fotos machen. Das war der einzige Grund, warum er Weißglas-Aquarien mit dieser Verklebung hat bauen lassen und mittlerweile zur Perfektion geführt. Sie sehen hier auch die Beleuchtung. Ich muss gleich mal gucken, wie wir das machen, ob ich die drauf lasse bei der Einrichtung. Eigentlich nehme ich sie runter, aber dann wird sie zu dunkel werden. Vielleicht kann man die Mühe gleich anschalten. Und ich hatte erst schon von dem Filter berichtet. Und der Filter ist hier schon angeschlossen. Das ist einfach ein ganz normaler Filter mit einer Filterkammer, mit einer Pumpe. Bloß dieser Einlauf, den Sie hier sehen, der Auslauf, der ist sicherlich nicht unbedingt üblich. Weil viele Filter Ein- und Ausläufe sind aus Plastik und ADA und Amano hat diese aus Glas machen. Und wenn die gut gemacht sind, die ADA-Outflows, insbesondere hier ist ja wie so eine Tulpe, die sind gut gemacht, dann erfüllen die gleichzeitig den Zweck eines Oberflächen-Absaugers. Die ziehen neben dem Wasser, was sie in das Aquarium bringen, gleichzeitig immer noch die Oberfläche mit ab, wenn sie die in der richtigen Höhe einstellen. Das funktioniert aber nur, wenn die Dinger richtig geblasen sind. Da gibt es auch bestimmte Kopieprodukte für 3,95 Euro aus China. Bloß die erfüllen dann diesen Zweck eben nicht, die sind dann irgendwie... Also das muss man vielleicht auch dazu wissen. Aber vom Grundsatz her haben wir hier einen Filter, einen In- und Auslauf. Warum sage ich Ihnen das? Bevor wir jetzt, bevor Sie jetzt die Entscheidung treffen, so ein Aquarium einzurichten, und wie Sie das dann machen, erkläre ich Ihnen auch gleich, müssten Sie als allererstes für sich festlegen, wo eigentlich der Filter nachher hinkommen soll. Weil der Filter hat ja eine Fließrichtung und das Wasser fließt ja entweder, wenn Sie den Filter hier vorne anbringen, den Auslauf, entweder fließt das Wasser dann so lang oder es fließt so lang. Vielleicht machen Sie ihn sogar auch nach hinten, dann fließt es halt so. Und so müssen Sie auch die Gestaltung anpassen. Stellen Sie sich mal vor, Sie richten ein wunderschönes Aquarium ein und der Filter, das Wasser läuft Ihnen immer gegen Ihre sorgsam aufgebauten Dekorationen und Pflanzen. Das fällt vielleicht im ersten Moment nicht auf, wirkt aber irgendwie unnatürlich. Also Sie wollen ja auch irgendwie, dass die Pflanzen zum Beispiel so in diese Fließrichtung des Aquariums hineinwachsen. Das ist irgendwie alles wie, wie so ein natürliches System aussieht. Deswegen mache ich mir auch übrigens, bevor ich anfange, immer die Gedanken, Mensch, wo packe ich denn überhaupt den Filter hin? So und danach, wenn ich das entschieden habe und sage, okay, der wird jetzt wahrscheinlich hierhin kommen, und dieses Mal kommt der Filter hierhin, dann kann ich danach arbeiten. Die Japaner und ADA, die meisten Anhänger des Aquascapings, nehmen diese wunderschönen In- und Outflows nach vorne. Das heißt, der Einlauf wäre hier und der Auslauf wäre auch hier. Das heißt, das Wasser läuft hier rein, der Filter würde dann hier stehen, wird sauber geklärt und läuft auch hier wieder raus. Das gibt eine unglaublich gute Wasserzirkulation in diesem Aquarium. Viele haben den Einlauf hier und den Auslauf hier, aber dann haben sie keine komplette Wasserzirkulation. Das heißt, sie haben immer nur eine Zirkulation in die Richtung. Aber wenn sie den Einlauf und den Auslauf auf einer Seite haben, dann haben sie sozusagen eine komplette Wasserzirkulation. Und man macht das halt nach vorne ganz einfach, weil es einfach auch außen die Dinger nicht günstig, sehen schön aus. Und deswegen will man sie auch zeigen und ich finde, sie kommen auch mit zum, oder passen auch mit zum Gesamtpaket. Das auf einmal nur dazu, wohin kommt der Filter. Der Filter wird hier, der Innere Outflow, der kommt später hierhin. Da müssen wir uns dran halten. Jetzt müsste der einmal hier weg. Ich glaube, der ist schon irgendwie mit Wasser gefüllt. Jetzt müsst ihr den mal eben machen. Nicht, dass hier was kaputt geht. Und dann müsstet ihr den mal bitte feststellen, nicht, dass ich da gleich rüberfalle. Das Gleiche ist bei der Beleuchtung. Bei der Beleuchtung müssen Sie an folgende Sachen denken. Hier haben wir eine Aufsatzbeleuchtung, eine Aqua Sky G601. Die könnt ihr nur schwer hochheben oder wie auch immer. Ich habe schon super Aquarien gesehen, die dann eingerichtet waren mit Hölzer. Und dann stellen die Leute die Beleuchtung oben drauf und stellen fest, die Hölzer gucken oben raus. Und das Ding ist im Weg. Und dann fangen sie dann nachher an, da irgendwie rumzusägen, weil das passt dann alles nicht. Alles schon gehabt. Also Sie müssen nicht überlegen, diese Beleuchtung hängt nicht, sondern die sitzt hier drauf. Das heißt Ihr Holz darf jetzt auch nicht irgendwie so oben. Das ist das zweite Thema, was einem die Kräfte vorher überlegen wollten. Das nehme ich jetzt auch mal weg. Ich glaube es ist hell genug, dass wir es sehen. Gibt es noch mehr? Gibt da noch Passpots oder sowas noch nicht hierher? Weil ich glaube es wird sehr dunkel. Das ist auch nicht wie das von der Kameraleite ist. Sonst muss ich es versuchen mit der Aqua Sky zu machen. Ja. Als Mittwoch ist es auf jeden Fall besser. Ja. Dann, nachdem Sie sich entschieden haben für die Beckengröße, dann ist es auch ein Weißglas-Aquarium. Nachdem Sie sich das ganze Hardware besorgt haben. Also hier haben wir einen ADA-Schrank. Sieht recht schön aus, ist an der Seite offen. Sie haben das Aquarium, 60er-Aquarium. Sie haben sich den Bodengrot gekauft. Da erkläre ich später was dazu. Es ist halt meistens die erste Entscheidung, die Sie treffen müssen. Was möchten Sie überhaupt machen? Möchten Sie halt eine Einrichtung machen mit Wurzeln? Eine Einrichtung machen mit Steinen? Ein Misch daraus? Oder wie auch immer. Die Entscheidung müssen Sie vorher für sich treffen. Dann haben Sie den Vorteil, dass Sie zu Matthias gehen können. Oder Matthias fragen und das Team fragen, welches Hardscape geeignet ist. Und die haben wirklich eine große Auswahl. So und viele Aquascaper, die dann so ein Aquarium einrichten, die machen sich dann wochenlang Gedanken über das Hardscape und suchen sich die Steine und Wurzeln. Und haben dann das perfekte Hardscape um einzurichten. Bei mir war das jetzt irgendwie, ich habe jetzt irgendwie hinten was gefunden. Und so wie Sie das auch im Geschäft finden und ich habe jetzt die Hoffnung, dass das einigermaßen meinen Vorstellungen entspricht, wie ich es gerne haben möchte. Es gibt drei Gestaltungsmöglichkeiten, wenn Sie so ein 60 cm Aquarium machen wollen und Sie wollen Hölzer benutzen. Nicht nur Hölzer, auch Steine, aber das Hauptgestaltungselement sind Hölzer, also solche wie hier. Dann gibt es die Möglichkeit, dass Sie das von der Mitte heraus sich entwickelt, das Layout. Dann gibt es die Möglichkeit, dass Sie von beiden Seiten sozusagen zwei Hölzer haben, die von beiden Seiten hier so in die Mitte entgegen streben. Und das dritte Gestaltungselement ist, dass Sie nur eine Seite mit Hölzern haben, die sozusagen in dieses Becken streben. Das nennt man als Triangel-Komposition oder Layout. Und das ist jetzt mal eine Grundidee, dass ich sage, okay, das möchte ich wohl machen. Ist wohl ganz interessant, dass ich so eine Situation darstelle. Und dazu brauche ich natürlich die entsprechenden Hölzer. Und eins kann ich Ihnen sagen, es gibt nie die Wurzeln. Also ich habe, viele sind dann immer im Geschäft und sagen, ja, aber das ist dann hier, da fehlt doch noch ein Ast. Oder irgendwie hast du noch mal eine andere. Also 99 Prozent aller Aquascapes sind die mit Hölzern. Die eine Wurzeln, wo man dann sagt, wow, die ist ja enorm. Wo kann man denn die kaufen? Die können Sie nicht irgendwo kaufen. Also gibt es sicherlich vielleicht irgendwo. Aber hier haben wir auch verschiedene. Und jetzt muss ich tatsächlich auch das probieren, was Sie bei Matthias dann in diesem, wie nennt ihr das? Spielkasten, Sandkasten? Oder woher die hat? Try to escape. Try to escape. Genau. Also da müssen Sie das vorab bei ihm halt auch testen. Sagen wir, mein Aquarium ist 60 mal 30. Und was hast du denn da? Und wie kann das denn, wie kann das denn wohl aussehen? So genau das habe ich jetzt auch gemacht. Das hat man mir hier zum Beispiel gestellt. Da hat man schon Hose rumgewickelt, warum sage ich Ihnen gleich. Da muss ich jetzt mal gucken, ob ich daraus meine Vorstellung... Kann das mal jemand bitte halten? Und ich brauche mal einen Lama-Stein. Ob ich daraus irgendwas bauen kann, was ich gerne möchte. Ich muss immer überlegen, dass da auch... So, das haben Sie schon mal so einen Stein, nutze ich aber nur, damit ich das hier loslassen kann. Das mache ich immer vorab. Okay. Könnte vielleicht passen. Jetzt haben wir hier diese recht große zweite Wurzel. Ich glaube, die das Layout-Stand überfordern würde. Dann haben wir hier noch einzelne Hälzer, die vielleicht hier passen könnten. Können wir nochmal den zweiten Stein sehen? Das ist nämlich gleich alles wieder raus, keine Sorgen. Das ist nur für mich, um die Dimensionen abschätzen zu können. Und hier ist noch ein dritter. Okay. Also das könnte eine Wahl in dieser Auswahl, die Matthias zur Verfügung stellt, sein. Ich habe noch ein paar weitere Äste. Aber die Wurzel ist so von den Dimensionen her so, dass ich sagen kann, da kann man gut mit arbeiten. Die nehmen wir mal. Die kaufen wir jetzt mal. Und was wir da schon gemacht haben, aber ich brauche trotzdem nochmal ein oder zwei Freiwillige, die gleich ein bisschen helfen. Da haben wir uns gegen entschieden. Die gleich ein bisschen helfen, diese Hölzer auf Alt zu trimmen. Wie heißt das glaube ich? Neumodisch? Vintage-Look oder irgendwie sowas. Also irgendwas. Sie kaufen irgendwas Neues, also alt getrimmt ist und zahlen ganz viel Geld dafür. Das ist ja der Trick da dran. Wir machen das nicht. Sie haben eigentlich, das Holz ist ja auch schon alt. Das ist ja eigentlich kein Holz, das ist eine Wurzel. Also wirklich eine Wurzel, die im Boden sitzt. Und die versuchen wir. Bei normalen Layouts ist es so, dass tatsächlich die, dass jetzt nach und nach die Hölzer mit Mosen bewachsen werden. Das kann ein Jahr dauern oder zwei Jahre, je nachdem was sie so im Becken haben. Aber sie können eben abhelfen, indem sie das vorher schon mit Mosen umwickeln. Welche Mose haben wir da genommen? Da gibt es unterschiedliche Moossorten. Am besten welche, die sie im Aperistik-Fachgeschäft kaufen können. Hier haben wir irgendwie, was ist das? Christmas-Mos oder wie auch immer. Wipping-Mos. Und das Moos nehmen sie und wickeln das mit einem speziellen Faden, den wir hier haben. Um diese Wurzel herum. Da hat eine Kollegin hinten schon geholfen und hat das schon mal gemacht. Das dauert ein paar Minuten. Sie können sehen an diesem Wollfaden, den wir hier haben, dass das relativ eng gewickelt worden ist. Und der Trick daran besteht, dass das Moos dann irgendwann anfängt zu wachsen. Relativ zeitnah. Und Sie dürfen einen Fehler nicht machen. Ich glaube, ich habe hier irgendwo eine Schere. Wir müssen dieses Moos weg. Das Moos möchte immer gerne weg vom Stamm wachsen. Das möchte gar nicht lang krabbeln auf dem Stamm. Das will einfach ins Becken wachsen. Und wenn Sie das nicht immer so kurz halten, wie das hier ist, dann wird Ihnen das immer in das Aquarium wachsen. Und irgendwann löst sich das hier und dann können Sie wieder von vorne anfangen. Wenn Sie die Wurzel rausnehmen, ist relativ schwer. Das heißt, wenn das anfängt zu wachsen, müssen Sie das trimmen. Und zwar müssen Sie es immer kürzen, sodass es gezogen wird, auf der Wurzel zu wachsen. Dann fängt es an, tatsächlich die Wurzel zu bewachsen. Wächst hier weiter hoch. Wächst drumherum. Aber wenn man das nicht trimmt, viele sagen dann, ja, ich habe das alles so entwickelt, umwickelt. Und zwei Monate später schwamm das alles im Wasser rum. Und da hatte ich dann nur noch die Fäden, aber die Moose waren weg. Und Sie müssen das tatsächlich immer schneiden. Schon nach dem Einrichten müssen Sie kurz schneiden, so wie hier. Und ich sage mal, wenn es anfängt zu wachsen, zwei Wochen später, müssen Sie halt immer diese kleinen Fusseln hier auch immer wieder abschneiden. Das ist ganz, ganz richtig. Die Kollegin da hat das schon richtig gemacht. Es sieht unnatürlich aus, wenn Sie jetzt den ganzen Stamm umwickeln würden. Das würde irgendwie, dann hätten Sie so einen kompletten Stamm, der komplett mit Bosen umwickelt ist. Das wäre nicht so spannend. Also, so wie es hier ist, hier ist so ein Bereich umwickelt, hier ist so ein Bereich umwickelt, ist das schon ganz okay. Und Sie werden den Effekt nachher sehen, die Wurzel sieht dann tatsächlich, sieht nachher etwas natürlicher und in Anführungsstrichen auch älter aus. Ich weiß gar nicht, was ich für eine Schere hier habe. Es brennt hier so in meinen Händen. Also, ja, diese richtige Schere. Also, das können Sie, das können Sie hier immer kurz, ganz wichtig, eben bei dem, als Sie es eingerichtet haben, denken Sie daran, das sind Lebewesen, die Sie hier entwickeln. Und die sind schon recht trocken. Also, die müssen Sie immer einsprühen, weil es dauert jetzt auch noch, bis die Zeit, bis wir fertig sind. Und wenn die zu trocken werden, dann kann es sein, dass Sie Ihnen das übel nehmen und tatsächlich gar nicht mehr so richtig wachsen. Deswegen immer so zwischendurch, auch jetzt, wo wir es noch nicht im Becken haben, immer mal rüber sprühen, damit das auch immer bei guter Kondition bleibt. Und dann mit dem Layout. Ich mache jetzt den Bodengrundaufbau und ich möchte dich vielleicht bitten, ob du das irgendwie kategorienst hier. Weil der passt einfach nicht. Okay. So. Also, ich habe jetzt das Layout gefunden bei Matthias im Laden. Ein paar Auswahl. Hier habe ich die Mose dann vorbereitet. Jetzt brauche ich jetzt eine, zwei Freiwillige. Eins. Die junge Dame. Oh, da müssen Sie beschreiben. Gut. Sie nehmen jetzt nämlich hier, haben die Ehren vor der Aufgabe, diese Labersteine, die Sie haben, möglichst kleinere, also fausgroße. Vielleicht fünf, sechs, sieben. Mit. Die Mose habt ihr hier. Von der kleine Lachse. Die helfen euch. Dass die umwickelt werden. Einfluss da hinten. Geheimwissen, was da transportiert wird. Also, letztendlich wir wickeln die Mose um die Steine, so wie wir es hier um die Wurzeln gemacht haben. So, jetzt bin ich eigentlich präpariert. Ich habe das Becken gekocht, ich habe die Beleuchtung gekocht. Ist doch bei den Steinen auch wichtig, Sie immer das Los ganz kurz zu halten? Ja. Genau das gleiche. Weil sonst löst sich das nachher nur auf den Stein und das Los schwimmt irgendwann. Dann kann man schneller anwachsen, wenn es verröser ist, oder? Ja, klar. An so einem Laberstein, es gibt ja auch ganz glatte Steine, da ist das gleiche Problem. Aber wenn Sie so einen verrösen Laberstein haben, dann kann das natürlich schneller pressen. Klar. Richtig. So, das haben wir alles und jetzt gehen wir zur Lehrautgestaltung. Und das erste, was wir natürlich einbringen, wir haben jetzt die Wurzel getestet, die passt. Und was wir jetzt einbringen, ist der Bodengrund. Weil das ganze System bei ADH basiert auf der Qualität des Bodengrunds. Es gibt so ein paar Key-Schlüssel, die das Thema ADH besonders erläutern oder erklären. Das eine ist unter anderem relativ großes Filtervolumen. Das ist aber jetzt kein so riesen Geheimnis. Viel Filtervolumen bedeutet viel Wasserklärung, viel Aufbereitung für nützliche Mikroorganismen. Und das zweite ist der Aufbau des Bodengrundes. Da haben viele früher keinen Bedacht darauf gelegt, dass der Bodengrund eine entscheidende Rolle im Aquarium spielt. Als Filter, als Medium für die Ansiedlung von nützlichen Materien und und und. Und das dauert ja eine Zeit. Zu Anfang ist dieses Aquarium tatsächlich komplett kalbfrei. Und bis sich nützliche Organismen im Bodengrund ansiedeln, dazu brauchen sie erstmal Abfall von den Pflanzen, sie brauchen Ausscheidungen von den Fischen und und und. Es dauert eine Zeit, bis sich dieser Bodengrund aktiviert. Und auf diese Zeit, da wollen wir eine nicht warten. Und dazu hat ADH einige sehr innovative Sachen entwickelt, die einfach helfen, dass dieser Bodengrund von Anfang gleich sehr aktiv in dieses Geschehen, dieses Mikrokosmos, dieses Aquariums eingreift. Ich habe ja einen Gestaltungsvorschlag für mich gemacht. Ich will so ein paar diese Wurzeln einsetzen und ich würde ganz gerne Bereiche haben, die ich bepflanze. Und es gibt Bereiche, die ich nicht bepflanzen möchte. Und diesen Bereich möchte ich auch gerne irgendwie trennen. Warum soll ich diesen Soil, da erkläre ich gleich noch etwas genaueres zu, der auch ein bisschen teurer ist als normaler Kies, warum soll ich den überall einbringen, den ich gar nicht überall bepflanze? Und den Kies, den wir früher einfach noch richtig genutzt haben, wo ist der Kies? Der kommt sofort. Den nutzen wir als Deko-Kies. Also kein Japaner und kein Anhänger von Natural Aquarium oder der Pflanzen kauft. In einem Fachgeschäft würde seine teuer erkauften Pflanzen in den ganz normalen Kies setzen. Das ist so, als wenn Sie Tomatenzüchter sind und setzen Ihre teuren Tomaten in den ganz normalen Kies. Da habsen die nicht drin. Und da können Sie auch machen, was Sie wollen. Das wird schwer. Deswegen nutzen wir diesen Sand tatsächlich als Deko. Und in diesem Bereich werde ich nachher auch nicht pflanzen. Das werden Sie dann sehen. Ich brauche den Colorado. Ah, der ist auch schon gewaschen. Wo ist der? Wie viele Liter? So, den kriegen wir gleich. Und es gibt so einen Trick, muss man nicht machen, aber mir hilft das immer, wenn ich jetzt noch sehe, finde. Da ist es. Um diese beiden Schichten zu trennen, nämlich habe ich hier aus dem Baumarkt so ein Plexiglas. Das ist fast nicht lang genug. Aber das kriegen wir schon hin. Die nutze ich jetzt mal. Können Sie nachher so ungefähr erkennen, wo wohl die Bereiche sein werden, wo ich Soil habe. Also wo ich pflanzen werde und wo Bereiche, wo ich das vielleicht nicht haben werde. Das ist fast nicht lang genug, aber da improvisiere ich nachher ein bisschen. Ich durfte so viel gar nicht so viel mitnehmen. Also ich brauche auch diese Schaschlitzspieße nachher. Die hat man mir auch abgenommen als Waffe. Also das Ding nicht so schwierig ist. Zum Beispiel hat das ganze Auto noch voll, aber das war jetzt. Da konnte ich nur die wichtigsten Sachen mitnehmen. Jetzt versuche ich mal für mich darzustellen, welche Bereiche nachher, wo ich Zoll habe und wo ich kein Zoll habe. Das kommt so ungefähr hin. Und hier lege ich mir mal aus Sicherheitsgründen ein paar kleine Steine hin. Die schaden nachher nichts, aber dann ist hier schon mal der Weite, dass es hier weitergeht. So und das wollen wir hier noch ganz klein hin. 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 Sehr gut. Ja. Das läuft ja. Das läuft ja. Na ja. So. Perfekt. So. Das heißt mal Layout. Wir stellen uns vor, wir haben diese Wurzel, das haben wir geklärt. Der Strom ist hier. Und jetzt weiß ich, wo will ich bepflanzen und wo will ich nicht bepflanzen. Und ich werde hier diesen Bereich bepflanzen und in diesem Bereich werde ich nicht bepflanzen. Und das alles Entscheidende ist beim Bepflanzen, dass ich für den linken Bodengrundaufbau sorge. Und da gibt es das erste Produkt, das ich da unten drunter packe, ist der PowerSend. PowerSend ist mit Nährstoffen angereichert und mit nützlichen Bodengrundbakterien. Was die tun und wie die das tun, da lege ich später drauf ein. Und ADA hat das relativ clever gemacht. Das ist 2 Liter, 2 Liter S und der ist genau für einen 60 Zentimeter-Aquarium. Das wird jetzt sogar ein bisschen höher sein, weil der ist ja eigentlich für die ganze Fläche gedacht. Die nächste Größe ist 6 Liter und 6 Liter ist für ein 90 Zentimeter-Aquarium und so geht das weiter. Und hier drin ist kein Kajos oder so, sondern das ist nur noch eine Gebrauchsanleitung, die da drin steht. Also das bringe ich jetzt als erstes ein, den PowerSend, und deswegen habe ich hier auch diese durchsichtige Plexiglas-Barrikade genutzt, weil jetzt können Sie auch sehen, was passiert. Aber das wird hier reichen für dieses Aquarium hier in diesem Bereich. Ich bringe diesen PowerSend ein und Sie sehen das schon. Das ist so ein Lava-Geroll, das ist mit Nährstoffen und Bakterien angereichert und es gibt drei unterschiedliche Größen. Nämlich S, das ist hier S, M und L, wie bei den Beklarungsgrößen. Kann sich jemand erklären, was das heißt? Weiß jemand, was das heißt? S, M und L? Die Unterschiede, warum sind die Unterschiede? Das sind größere Körner. Das sind größere Körner, ne? Also die M und die L, das sind größere Körner und was bewirkt das? Wissen Sie das auch? Mehr Bakterien angereichert. Mein Sohn würde ich jetzt halt zu 99 Prozent richtig. Der Boden muss durchflutet werden, braucht einen Durchfluss. Und umso höher die Wassersäule ist, also wenn Sie ein 50 Zentimeter hohes Aquarium haben, dann nehmen Sie die M-Körner oder wenn Sie ein 60 Zentimeter hohes Aquarium haben, nehmen Sie die L-Körner. Der Druck der Wassersäule wird immer mehr. Umso höher das Becken ist, umso mehr Wasserdruck lastet auf dem Bodengrund. Und nichts ist schlimmer für ein Aquarium, das fünf oder zehn Jahre steht, wenn der Bodengrund, wie sagt man das, wenn der zu ist, wenn der vernichtet ist durch die Wassersäule, dann fängt der an zu vermodern, zu faulen. Und damit das nicht passiert, nimmt man unter anderem diesen Power-Set und passt halt die Größen immer der Höhe des Aquariums an. Und hier hat man, wie gesagt, das 36 Zentimeter reicht, diese kleine Körnung. Und bei 45 Zentimeter Aquarium oder 60 nimmt man eine andere höhere Körnung. Die werden klarmäßig übervertrieben, wie gesagt, nur in dem Bereich, wo ich später pflanzen will. Weil hier sind Nährstoffe drin, hier sind nützliche Bodengrundbakterien drin. Und jetzt kommen wir nämlich zu den nützlichen Bodengrundbakterien. Auch das werde ich jetzt nicht intensiv erläutern, weil da kann man alleine Vorträge drüber halten. Hier haben wir Bacter 100. Das sind Bodengrundbakterien und bitte keine allzu detaillierten Fragen von den Profis. Ich weiß, dass es nicht die hundertprozentige Beschreibung ist. Aber vom Grundsatz her sind es Bakterien, die in Ruhe sind, die sozusagen schlafen. Und wenn Sie die in dieses Aquarium einbringen und die kommen mit Wasser in Berührung, dann aktivieren sie sich. Das sind sozusagen aktive Bodengrundbakterien, die aber erst noch aktiviert werden müssen. Und davon bringt man laut Hersteller hier drei von den Löffelchen. Wenn Sie mehr reinbringen, ist das gut für mich, dann verkaufe ich mehr und schad dem Becken nichts. Aber vom Grundsatz her sagt man, für so ein 60 cm Aquarium brauchen Sie drei Löffel. Auch wenn Ihnen diese Verpackung und dieses Produkt vielleicht erstmal teuer erscheint. Damit können Sie bestimmt Ihr Leben lang ein Aquarium reinrichten. Also dieses Ding hält, also eine Generation, 25 Jahre. Das hält bestimmt für 10 bis 15 von diesen 60 P's. Das verteilen wir hier. Das heißt unsere Bakterien, die den Aquarium-Bodengrund alt machen. Die Gäste, die wir zu kaufen bekommen. Bitte? Die Gäste, die wir zu kaufen bekommen. Die Gäste. Leider. Ich mache ein bisschen mehr. Und das zweite Produkt, was in dem Boden... Da sage ich immer wirklich sollte oder auch müsste. Bei dem dritten ist es, die Geschmacksfrage ist Clear Super oder Clear Supper. Und auch da gibt es eine sehr detaillierte Beschreibung oder eine einfache Beschreibung. Ich nutze dann immer die einfache, weil viele Leute das dann besser verstehen können. In diesem Bodengrund aktivieren sich die Bakterien und haben keinerlei Nahrung in der Anfangsphase. Das heißt, die Nahrung muss ja irgendwie erst nachsickern. Und dieses Produkt ist sozusagen Nahrung und auch ein Medium, auf dem die Bakterien wachsen können. In der Anfangsphase. Und deswegen sind diese beiden Produkte aus meiner Sicht oder auch als Empfehlung von ADA beim Bodengrundaufbau zwingend notwendig. Und jetzt kommt die Einschränkung. Nur in Aquarien, die Sie auch länger als ein halbes Jahr oder Jahr stehen lassen wollen. Wenn Sie sagen, ich mache hier so ein Aquarium ein halbes Jahr, weil ich an einem Wettbewerb teilnehmen möchte und danach baue ich das wieder ab oder ich mache das neu, dann brauchen Sie das tatsächlich nicht. Der Power-San, klar, unterstützt ja auch den Pflanzenbruch sicherlich. Alles gut. Aber vom Grundsatz her ist es dazu da, um den Bodengrund länger natürlich zu halten und für die Langlebigkeit eines Bodensubstrats zu sorgen. Also Sie können sicherlich diese Bakterien einbringen, aber den Power-San ist unter anderem dazu da, um auch die Langlebigkeit zu gewährleisten. Und diese beiden Produkte sollten Sie einbringen. Eigentlich sind Sie auch. Drei Löffel, wie bei dem Bakter 100. Ich habe jetzt ein bisschen mehr gemacht. Wie gesagt, mehr schadet nichts. Und dann gibt es noch ein drittes Produkt. Das nennt sich Sorodin BC. Und das sorgt im Endeffekt dafür, dass hier ist Kohle teilweise mit drin. Das sorgt für den Schadstoffabbau in der Anfangsphase des Aquariums. Ähnlich wie zum Beispiel im Filter ist zu Anfang auch relativ viel Kohle, um den Schadstoff abzubauen und auch die Mikroorganismen beim Wachstum zu unterstützen. Ist sozusagen ein nicht Must-Have, sondern ist so ein Additional-Produkt. Da kann man sicherlich auch mehr von einbringen, weil eben gerade die Schadstoffe, gerade in der Anfangsphase zum Aquarium relativ viele Schadstoffe im Wasser sind und man unterschätzt wirklich die Filterwirkung des Bodengrundes. Deswegen empfiehlt ADA hier auch so ein bisschen mehr, nämlich 10 Löffel, sagt man ungefähr, hier drauf. Das sind die drei Bodengrundprodukte, die neben dem Power-Send unbedingt eingebracht werden sollten, wenn sie ein Aquarium länger pflegen wollen und wenn sie dafür sorgen wollen, dass von Anfang an dieser Bodengrund aktiv an der Wassergestaltung, an dem Einfluss auf das Wasser, wenn der da sozusagen mit teilnehmen soll. Genau, wie lange kann man zwar in der Kolben betreiben, in diesem Bodengrundsystem, also... Also der Tank von Amano steht jetzt 25 Jahre und der Bodengrund ist jetzt nicht ausgetauscht worden. Der Soil verliert nach einer gewissen Zeit seine Nährstoffabgabe oder Einflussnahme auf die Pflanzen, das erkläre ich später nochmal. Den kann man aber nachüfen. Man kann tatsächlich, da gibt es Produkte, so kleine Düngekapseln, die kann man in den Bodengrund setzen und kann man diese Eigenschaften nach. Und die Haupteigenschaft des Soils ist ja, dass es aktiver Nährstofftodengrund ist. Und der muss auch nicht gewaschen werden oder wie auch immer, den bringe ich jetzt so in das Aquarium ein und der verliert nach einer gewissen Zeit tatsächlich, ist der ausgelaugt. Und den kann man aber sozusagen nachdüngen, deswegen ist die Frage nicht genau zu beantworten. Die ostasiatischen Aquascaper haben tatsächlich die Aquarien nur ein Jahr oder zwei und haben ja die neu gemacht. Aber es steht auch zum Beispiel in der Galerie im Eingangsbereich ein Aquarium, das Amano 1993, glaube ich, gemacht hat, also kurz danach. Das hat man teilweise von der Gestaltung neu gemacht, aber ich glaube den Zäun hat man nie kaputt gewechselt, man hat den teilweise ein bisschen nachgestreut. Aber darum, also da gibt es sicherlich eine Begrenzung, aber wir haben uns auf eine Generation geeinigt. Also es ist aber eine Generation, nach 25 Jahren sollte man so loshalten. Aber es ist nicht so, dass man sagt, nach einem Jahr, zwei Jahren ist der Zäun ausgelaugt und deswegen muss man das Aquarium neu machen. Das ist also auch so ein Märchen, was sich Eis anhält. Nun habe ich hier den schon neuen Amazonia-Zoll 2, eigentlich ist der einzige Unterschied zu dem normalen Amazonia-Zoll, der da hinten aufliegt, dass er nicht so viel Nährstoff in das Wasser hat, wie der ursprüngliche Amazonia und deswegen tatsächlich auch für Anfänger etwas besser geeignet ist. Weil Nährstoffe ist natürlich wunderbar, die Pflanzen können die Nährstoffe aus dem Boden und aus der Wassersäule aufgreifen und wachsen. Aber in der Anfangsphase tun sie das nicht, deswegen hat man teilweise relativ viele Nährstoffe im Aquarium. Um das korrigieren zu können, müssen sie tatsächlich viel Wasser wechseln. Wenn sie das nicht tun, haben sie in der Anfangsphase das ein oder andere Problem geeignet. Und gerade Anfänger haben da noch nicht so die Balance und deswegen hat ABA ein ebenso hochwirksames Produkt herausgebracht, was aber eben ein bisschen weniger Nährstoffe mit sich bringt. Also vielleicht für den Anfänger etwas pflegeleichter ist. Trotzdem die Effekte so intensiv hat, wie sie es beim Amazonia-Zoll haben. Aber die Pflanzen werden natürlich dann durch die etwas geringeren Nährstoffe in diesem Bodengrund vielleicht nicht so explosionsartig wachsen. Vielleicht erwartet das aber auch am Anfang auch nicht gleich. Den bringe ich tatsächlich hier so ein. Guck mal so, dass ich so eine Höhe von 2-3 Zentimetern habe. So, das verteidige ich nochmal hier. Schon fast ein bisschen zu hoch. So, das ist ein bisschen zu großzügig. Aber das kann man hier ein bisschen verteilen. Jetzt kommt der Fluch mit meiner Plastiktrennung. Das ist ein bisschen ein paar Zentimeter, sehen Sie schon, dass ein paar Zentimeter fehlen. Man rieselt was durch, aber auch das kriegen wir hin. Das heißt, ich habe jetzt den Aufbau hier gemacht und in diesem Bereich werde ich später die Aquarienpflanzen, die ich ausgesucht habe, setzen. Und dieser Bereich ist eher für den Dekorationsbereich gedacht, um dem Aquarium so eine 1-3, 2-3 Aufteilung zu geben. So, das habe ich sauber gemacht hier. Und nun brauche ich den Dekosand, der gewaschen werden muss. Weil das ist normaler, wenn ich Ihnen hier gezeichnet habe, dass es nochmal Aquarium gießt. Und der bringt halt, wenn Sie ihn nicht waschen, dann eine Hand mit Wasser zu. Und deswegen hatten die Kollegen vorher gewaschen. So, dass ich dann noch nichts wieder rausbekomme. Also, wir müssen uns ja mal die Hände schmutzig machen. Das verteile ich jetzt genau in der Area, wo ich nachher jetzt nicht pflanzen werde. So, ist natürlich schöner, wenn man ihn so locker einfüllt, wenn man so einen Workshop macht. Aber den Ärger hat man nachher, wenn man halt das Wasser einfüllt. Weil das doch ein paar Stunden oder vielleicht sogar einen Tag braucht, bis die Trübung raus ist. Deswegen nehme ich jetzt mal den etwas beschwerlicheren Gang und bring das mal in den gereinigten Zustand ein. Das ist ADA-Colorado-Sand. Zwei verschiedene Sandsorten. Diesen Colorado, der ist so ein bisschen rötlicher. Und der ist flatt rater. Da können Sie aber auch jeden anderen Sand nehmen. Da werden Sie vielleicht nicht beim IAPC gewinnen, weil da müssen Sie die Sandsorten angeben. Und wenn Sie dann die ADA-Produkte versorgt haben, dann wird das schwer. Aber vom Grundsatz her bricht man das hin. Jetzt habe ich hier oben irgendwie die Aqua-Skalle eingesammelt. Das verteile ich jetzt mal hier. Haben Sie einen guten Blick, ist das auf einer Höhe? Der Soil und der Sand? Ungefähr. So. Jetzt denken natürlich viele, was macht der da mit dem Plastik? Der muss also tatsächlich jetzt raus. Indem ich die Trennung gemacht habe, das fällt dann einfach leichter. Es gibt Strategen, die das so hinkriegen. Also ich kriege das nicht so hin. Ich müsste immer diese Trennscheibe haben. Den ziehe ich auch so raus, dass ich ihn nach hinten wegziehe. Damit der Sand sozusagen über den Soil etwas kippt und nicht umgekehrt. So, ziehe ich den da raus. Und dann dauert das, bis das Wasser drin ist und da ist Bewegung im Wasser, bis sich das vermischt? Eigentlich gar nicht. Wie soll es sich jetzt vermischen? Also es kann natürlich sein, dass Garnelen da eben was rüber transportieren. Und dann liegen hier so ein paar Soll-Kügelchen hier so drauf. Dann müssen Sie beim Wasserwechsel mit dem Schlauch absaugen. Also diese Fläche sollte immer schön genauso rein und verbügt sein, wie sie hier auch ist. Jetzt habe ich hier schon so ein bisschen die Trennung. Also das machen Sie beim Wasserwechsel. Das muss ich jetzt mal hier rausnehmen. Das wird sicher nicht so optimal werden, aber egal. Aber da sind wir flexibel. So, das heißt ich habe jetzt hier eine Trennung zwischen dem Bereich, den ich bepflanzen möchte. Nicht ganz so optimal. Die Japaner würden jetzt die Hände über den Kopf schlagen, aber ich glaube für unseren Zweck ist das schon ganz optimal. Was ich Ihnen sagen wollte, Bodengrundaufbau. Das Allerwichtigste. Sie können bei dem Aquarium später alles ändern. Sie können eine neue Beleuchtung drüber packen, wenn sie nicht zufriedenstellend funktioniert. Sie können neue CO2 machen. Sie können neuen Filter reinsetzen. Sie können das Düngesystem ändern. Was schwer ist, ist das Hardscape. Also die Steine und die Wurzeln zu ändern. Das geht auch noch, aber den Bodengrundaufbau können Sie nicht ändern. Wenn Sie den einmal verbockt haben oder was vergessen haben oder gespart haben oder wie auch immer. Und Sie stellen dann fest, also mit dem Pflanzenwuchs wird das aber gar nichts und woran könnte das liegen. Und irgendjemand sagt Ihnen, wenn das Licht am Bodengrundaufbau, am fehlenden Zäul oder wie auch immer, dann könnte das nicht ändern. Und deswegen nehme ich mir für diese Anfangsphase auch für die Erläuterung immer viel Zeit, weil das eigentlich das Allerwichtigste ist, was das Thema Einrichtung eines Aquariums angeht. Den Aufbau des Bodengrunds. Und wenn Sie jetzt sagen, das hat jetzt irgendwie den ganzen Tag gedauert, das hat mir zu lang gedauert, dann Sie müssen den anfeuchten. Das sage ich nochmal, warum Sie das machen müssen. Dann können Sie den nächsten Tag weitermachen. Also einfach so trocken liegen lassen, das ist nicht optimal für den Zäul. Also wenn ein Zäul trocken in einer offenen Tüte zwei Wochen steht, dann können Sie den wegschmeißen. Also Sie müssen die Tüte zumachen, sodass diese Grundfeuchtigkeit, die in diesem Zäul ist, das merkt man, wenn man den aufmacht. Das riecht richtig so ein bisschen wie frischer Humus, da ist eine Grundfeuchte drin. Und wenn die weg ist und Sie den in den Boden, in das Aquarium einbringen, dann zerfällt der Ihnen zu Staub. Viele Leute sagen, ja, ich habe das Heu gekauft und wie auch immer und der ist nach ein paar Wochen zu Staub zerfallen. Das ist ja voll betrug und wir können ja gar nicht angehen. Und dann frage ich dann meistens immer, ja, haben Sie den ja? Ja, den habe ich schon mal benutzt und habe den dann irgendwann stehen lassen und ein halbes Jahr später habe ich den nochmal benutzt. Das funktioniert nicht. Diese Kügelchen sind, das ist natürliche Erde, ganz normale Erde, die wird gebrannt. Und wenn die, das ist ein ganz komplizierter Vorgang. Und wenn die austrocknet, diese Erde, dann können Sie den nachher zerdrücken, wie der zerfällt zu Staub. Also nicht nur in Ihrer Hand, sondern der zerfällt auch zu Staub im Aquarium. Das heißt, hier, wenn ich die zerdrücke, dann wird das hier so eine erdige Schicht. Wenn der ausgetrocknet ist, dann rieselt Ihnen das runter wie Staub. Dann können Sie den im Aquarium nicht mehr verwenden. Also wenn Sie den jetzt geöffnet haben, die Beutel bitte richtig schließen. Wenn Sie das jetzt hier eingerichtet haben, dann müssen Sie den feucht machen und machen hier oben Zellophan-Tücher drüber. Die Zellophan hier, diese Frischhaltefolie drüber, damit das feucht bleibt. Dann kann nichts passieren. Dann können Sie auch eine Woche stehen lassen und dann nach einer Woche weitermachen. Aber so trocken, offen, geht das nicht. Ich hätte eine Frage aus dem Screen. Ja, bitte. Und zwar, was ist, wenn jemand bereits anderes Zoll besitzt? Ja. Wollte man dann trotzdem die Adiabon-Grupp zusetzen? Das würde ich tun. Da ist immer die Frage, was für einen Zoll der man hat. Es gibt beim Zoll in Japan oder auch in Südostasien 10 bis 15 oder noch mehr Anbieter. Die liegen dann da alle nebeneinander und es gibt halt gutes und nicht schlechtes Zoll. Und es gibt sicherlich einige Produkte, wo man sagt, ja, es muss nicht alles ADA sein. Das hat auch eine gute Qualität. Es gibt aber auch Zoll, der so in einer schlechten Qualität ist, dass da keiner dran Spaß hat. Und dann würde ich sagen, dann kann man sich auch die Bodenwohnbakterien schenken. Weil der Zoll das Ergebnis so schlecht verändern würde, dass dann auch kein Power-Send und Bakterin 100 mehr nutzt. Aber wenn man einen qualitativ guten Zoll hat, dann kann man das natürlich auch nutzen. Weil der Grundsatz her ist es das Gleiche. Vielleicht sind die Nährstoffverteilungen dann etwas anders. Aber das muss, das ist ja kein Dogma. Okay, wir haben den Bodengrundaufbau jetzt komplett eigentlich fertig. Und dann gehen wir eigentlich zu dem zweiten wichtigsten Teil zur Gestaltung des Layouts. Und das erste, was man gestaltet, ist das Hardscape. Also die Steine und die Wurzeln. Und jetzt muss man gucken. Ich brauche gleich jemanden, der mir ein paar Steine reicht. Weil das ist dann immer ein bisschen tricky. Ich versuche mal die Lampe nach hinten. Stehe ich im Weg? Oder Tobias? Also du schließt im Weg, kann man das ausgehen. Wir hatten ja die eine Wurzel, die habt ihr abgeschnitten, ne? Ja. Das ist die? Ja, genau. Ich brauche immer mal ab und zu mal ein paar Steine. Also das ist sozusagen das Grundelement. Und diese Wurzel, die lege ich genau hier, oder versuche sie auf diese Kante zu legen. Und Sie sehen, diese Wurzel verläuft auch so einigermaßen auf der Tränkante zwischen Zeul und Deko. Also die ist nicht irgendwie so und so. Die ist jetzt nicht 100% geschwungen, die Wurzel, aber ich lasse sie trotzdem so ungefähr auf dieser Ebene laufen. Und damit ich diese Wurzel natürlich auch erstmal richtig positionieren kann, nämlich mir Steine zu helfen. Wir haben uns jetzt hier entschieden, schwarze Lava-Steine zu nehmen. Die werden auch, das wird auch das einzige Stein sein, den wir hier benutzen in diesem Layout. Aber dann tun Sie mir einen Gefallen, nicht mit zu vielen Steinen oder Hülzern. Also eine Steinsorte, Entschuldigung, mit einer Holzsorte, weil sonst sieht das nicht natürlich aus. Sie werden kein Habitat finden, wo Sie auf einer 60cm Fläche drei verschiedene Steinsorten und zwei verschiedene Wurzelsorten finden. Also wir bleiben bei einer Wurzel. Hier haben wir einen Branchwood. Und hier haben wir einen schwarzen Lava-Stein, den wir hier einmal absetzen. So, jetzt haben wir die Grundstruktur. Wir müssen immer gucken, denken wir mal, das passt. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir noch einen wunderbaren Hülzeln hier haben. Die sind schon präpariert. Hier haben wir Nummer zwei. Schauen wir mal. Und ich mache jetzt genau das gleiche, was auch Sie machen werden, wenn Sie ein Aquarium einrichten. Ich werde jetzt einfach testen, wie das passt. Und das kann auch sein, dass ich jetzt zwei, drei Minuten da brauche. Es wäre natürlich viel schöner, jetzt einfach da eine Wurzel reinzusetzen und dann ist es fertig. Aber eigentlich würde das die Praxis nicht wiedergeben. Weil das ist auch, glaube ich, der interessanteste Vorgang, hier die richtige Balance zu finden. Nein, ich habe jetzt noch einen Wurzel. Okay. Bitte schön. So. Wenn Sie jetzt ganz sauber machen können, müssen Sie diese drei wieder rausnehmen und kommen Sie da an dem Sockel irgendwie mit Draht oder mit dem ADA-Produkt, das da rückteilt, dass Sie Kunststoff-Draht entwickeln. Ich versuche es jetzt mal, weil ich würde jetzt auch die Zeit extrem vorantreiben, das man mit den Steinen jetzt so zu fixieren, dass das... Wollen wir das gleiche Steine? Wollen wir das noch mal klein werden, aber das sind die alle schon entwickelt im Ost? Stabilisieren im Endeffekt jetzt nur diese drei Wurzeln. Eine Frage war jetzt gerade noch, wie lange bleibt denn das Würfel-Säule haltbar, wie gesagt, wenn man das nicht so machen würde? Nicht länger als zwei, drei Tage. Also vielleicht eine Woche, aber eigentlich sage ich, das ist für das Säule, es ist tödlich, wenn man das an die Luft kommt. Darum sage ich auch hier, ich werde das auch gleich das Säule gleich hier nass machen. Selbst hier schon so eine Stunde jetzt ohne Feuchtigkeit oder so, also es ist, es passiert nichts, aber es ist optimal, es ist nichts. Das Säule verliert relativ schnell dann diese Feuchtigkeit, die es mitbringt. Sie können in der geschlossenen Tüte auch, hier sehen Sie richtig, teilweise sehen Sie dann noch so kleine Wassertropfen dran oder so. Das ist diese Grundfeuchtigkeit des Säules, die bleibt auch drin, auch über Jahre. Aber wenn Sie es geöffnet haben, dann wird es problematisch. Das ist die erste Grundstruktur, die wir dem Tank jetzt mitgegeben haben. Denken Sie mal daran, hier leuchtet das Wasser, hier leuchtet das passt auch noch. Und darauf aufbauen können wir jetzt die weiteren Gestaltungsstritte vornehmen. Die Trennlinie wird hier immer bleiben. Die ist jetzt ein bisschen nicht optimal verlaufen, aber das werden wir hinkriegen. Das können wir danach auch später, wenn wir das erste Mal Wasserwechsel machen können, wenn wir zum Beispiel diese Säulkrümelchen, die hier vorne sind, die werden einfach mit abgesaugt. Also das geschieht in so einem Gestaltungsvorgang. Wichtig ist jetzt, dass wir aufpassen, dass diese Säulen nicht unbedingt hier permanent in dieser Area-Rie sind. Und ich werde diesen Bereich sozusagen als Trennlinie mit den Steinen jetzt fixieren. Und damit das nicht so unnatürlich aussieht, dann haben Sie nachher so einen Steinwall, haben wir jetzt, nämlich haben die Kollegen, diese Steine, die ich jetzt nutze, schon mal mit Mosen umwickeln. Genau wie das Holz nutzen wir jetzt auch diese Steine. Hier. Und das sieht einfach natürlicher aus, wenn die schon grün sind. Was haben wir denn noch? Mal gucken, ist der noch kleiner oder ist der größte? Der ist noch größer. Der passt hier nicht. Ganz klein haben Sie nicht irgendwie, wo auch immer irgendwas zum Nussungen? Ich würde sagen, wir haben noch so kleine, haben wir noch kleine Basalsteine. Das ist eben kein, das ist eben kein, das muss man ja selber von vorne sehen. Wer hat hier noch wickelt? Genau. Sie? Haben Sie aber jetzt wirklich animos gespart. Also, so ein kleiner Spot hier. Also machen wir nachher nochmal. Die werden nachher bei der Bua geschickt, die werden sie nochmal entwickeln oder so. Also das ist ein sehr sparsam. Wenn es jetzt nach Matthias geht, dann können Sie richtig ordentlich Moos kaufen und das ordentlich umwickeln, weil da brauchen Sie halt nicht, sparsamer zu sein oder so. Aber ich verstehe das schon. Aber lieber Salz steigen wir mal, klein. Ganz optimal wäre, aber wir wollen jetzt auch nicht kitzlicher sein, dass der Papst, wenn wir so kleine Labersteine hätten. Weil ich möchte jetzt gerne an der Seite diese Öffnung irgendwie ein bisschen schließen. Weil wenn ich das nicht tue, kann das sein, dass es permanent hier immer eine Zollwege rieselt. Und deswegen möchte ich jetzt mal diesen Stein, das können wir später nochmal gegen einen Laberstein austauschen. Vielleicht klebe ich da nachher auch einfach ein paar Moose zwischen. Dann sieht man das nicht mehr so. Also es ist jetzt nicht die reine Lehre. Normalerweise müssten wir hier einen Laberstein in der Größe setzen. Aber wenn man sich halt, dann hat man noch was. Und dann machen wir das jetzt auch mal anders. Jetzt möchte ich den Stein komplett mit Moos überlegen. Oder wäre das zu viel Moos? Ne, dann klemme ich da auch gleich Moos dazwischen. Dann passt das, dann sieht man den überhaupt nicht. So, okay, wir sind weiterhin bei der Grundstruktur. Und sind eigentlich mit der Grundstruktur fertig. Jetzt müssen wir natürlich auch mal sehen, dass dieses Aquarium auch langfristig stabilisiert und halten soll. Deswegen stabilisiere ich diesen hinteren Bereich hier nochmal für Stein. Und was sein kann, ist, dass wenn wir nachher Wasser einfüllen, und dieses Holz treibt sehr stark hoch, dass wir tatsächlich hier nochmal so einen großen Stein drauflegen müssen, für drei, vier Tage. Das sieht dann nicht schön aus, aber bis das Holz sich vollgesogen hat. Und gehen können Sie das natürlich, wenn Sie diese Wurzeln halt einfach eine Woche oder noch länger auskochen, die glaube ich am schnellsten, aber dass Sie die wirklich wässern, dann kommen die nicht mehr hoch. Jetzt sind die relativ trocken, die würden jetzt hochkommen. Kann sein, dass meine Stabilisierung, die ich hier schon habe, eigentlich ausreicht. Aber kann auch sein, dass ich merke, wenn wir nachher Wasser einlassen, dass es so ein bisschen hochkommt. Und dann müssen wir tatsächlich hier wahrscheinlich einen relativ großen Stein einsetzen. Und danach, wie gesagt, in ein paar Tagen können Sie den wieder runternehmen. Haben Sie gesagt, normalerweise würden diese drei Wurzeln zusammengeschraubt? Ja, geschraubt nicht und wickelt, sondern ist das einfach stabiler. Also es gibt hier so ein Rand, genau, so eins. Und das können Sie dann, das ist so ein Metalldraht, der mit Plastik umwickelt ist. Und damit würden Sie das, hätte ich das nochmal jetzt rausgeholt, aber dann hätten wir glaube ich noch eine halbe Stunde länger hier gesessen, um das wirklich, um diese aus dieser drei, aus diesen drei Wurzeln eine zu machen. Können Sie das nochmal zusammenspüren? So, Sie sehen hier den Bereich, den höheren Bereich. Da wollen wir auch pflanzen, da werden wir jetzt noch ein bisschen Säule nachkippen. Und damit das nachher jetzt nicht alles so durcheinander fliegt, habe ich hier, das gibt es aus dem Bonsai-Bereich, so kleine Hilfen, da kann man den Säule einpacken und dann kann man das hier hinten nachfällen. Wenn ich jetzt ein Malo wäre, würde mir das jetzt immer einer reichen. Wechsel, aber ich habe nur einen davon und ich bin auch übrigens nicht ein Malo, deswegen mache ich das selber. Wichtig ist, dass Sie jetzt die hohe Räume halt auch auffüllen hier hinten. Wenn ich einfach so früh den weitermachen muss. Jetzt brauche ich gleich die richtige Sprühflasche, nicht die kleine, um das hier nass zu machen. Also diese Sprühflasche mit dem Metallding. So, hinten habe ich jetzt Säule aufgefüllt, in der Höhe, wo ich dann auch noch her pflanzen werde. Sie sehen schon, das heißt, die Bepflanzung ist dann halt auch ein bisschen höher. So, hier. So, und jetzt sehe ich schon, du hörst schon dringend, die Schlapsen wieder aufs Schreien. Also jetzt müssen wir auch dringend die Musel wieder nass machen. Und gleichzeitig passiert jetzt das, was ich schon erläutert habe. Ich mache jetzt den Säulen nass. Einmal, damit der länger hält, jetzt auch in der, und nachher keinen Schaden nimmt. Und nachher nicht tatsächlich zu Staub zerfällt, obwohl jetzt nach einer Zittelstunde oder so passiert das nicht. Und vor allem kann ich, wenn der Säulen nass ist, deutlich besser pflanzen. Das macht mir das Pflanzen deutlich einfacher. So, ich habe die Grundgestaltung, das Layout fertig. Ich werde da von vorne nochmal gucken. Haben wir noch ein Wickel zu schneiden? Was natürlich immer sehr unnatürlich aussieht, ist dieser vordere Bereich, wo so viel Gießfläche ist. Und das können wir einfach, das ist eine Steilflache, ändern, indem wir eine gewisse Dynamik hier reinbringen. Indem wir hier zum Beispiel ein Stadion einsetzen. Noch mal ein Haus dazu. Ja. Jetzt haben wir sozusagen auf den Hardscape-Aufbau ein wichtiges Element nach dem Bodengrund fertig. Haben das Hardscape auch relativ gut abgesichert, aber die letzte, das letzte Ergebnis sehen Sie danach später, wenn wir tatsächlich Wasser einlassen, ob da Elemente sind, die noch ein bisschen zu leicht sind und dann wie gesagt, deswegen Vorsicht beim Wasser einlassen. Deswegen könnte es sein, dass wir nachher einzelne Wurzeln ein bisschen beschweren müssen. Ich muss mal oben sehen. Das ist die gleiche Höhe erwischt. Und jetzt haben die Kollegen schon freundlicherweise für mich, dass wir sie zu Hause dann selber machen. Geht kein Weg dran vorbei. Wenn Sie jetzt bei diesem Pflanzprozess sind, dann wäre es jetzt irgendwie, glaube ich, auch nicht sonderlich spannend, jetzt die Pflanzen zu präparieren. Die Pflanzen, die Sie gekauft haben, müssen Sie sozusagen vorbereiten. Das heißt, die müssen die Wurzeln befreien. Meistens ist das ja mit so einem Topf drin. Mit so einem, wie heißt das? Mit der Steinwolle, genau, danke. Mit der Steinwolle. Und die müssen Sie halt entfernen. Sie müssen die Wurzeln kurzen. Und das können Sie alle schon wunderbar präparieren, dass Sie eigentlich nachher zum Pflanzen ausreichend Muße und Zeit haben, dann den Pflanzprozess vorzunehmen. Und das haben wir vorher schon mal gemacht. Und die Pflanzen liegen jetzt hier auf so einer Fährte präpariert. Dann nehmen Sie einfach eine Styroporplatte. Und wir brauchen zwei gute Pinzetten. Wer hätte A, D, A welche. Und die legen wir da schon mal hin. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie den Aufbau der Bepflanzung, ich habe vorher mir die Pflanzen schon jedenfalls nicht ausgesucht, aber ich habe geschrieben, welche ich gern haben möchte. Ich gucke mal, wie wir die gleich einsetzen, dass Sie den Pflanzprozess einmal von vorne nach hinten machen. niemals von hinten nach vorne, weil, was passiert, wenn Sie es umgekehrt machen? Ich nehme jetzt hier so eine Pflanze und fange hinten an. Also hier, hier muss eine längere, hier. Da ist eine längere. jetzt fangen Sie von hinten hier an und dann fällt die Ihnen hier immer irgendwie zwischen mir. Und wenn Sie das angepflanzen, müssen Sie die immer aus dem Weg nehmen und dann hängt sie dazwischen oder wie auch immer. Also das ist wirklich nicht, das ist wirklich nicht spannend. Das heißt, Sie fangen von vorne nach hinten an zu pflanzen. Entschieden sollten Sie sich vorher schon haben oder die Grundstruktur, welche Pflanzen Sie dann gerne nutzen wollen. Und dann gucken Sie in Ihr, gehen Sie zu Garlalaxia, die haben ja immer alle Pflanzen da. Und da gibt es unterschiedliche Arten, Stängelpflanzen, Pflanzen, die teilweise aufzusetzen sind. Pflanzen, die man gar nicht einpflanzen muss. Das ist hier sehr hilfreich in dem vorderen Bereich wie Anubien. Und die schnappen wir uns jetzt mal eben. Ich habe ein paar Sachen gemacht. Das ist die erste Pflanze, die ich im vorderen Bereich setze, Anubias Nana. Also eine Pflanze, die nicht in den Bodengrund gesetzt werden darf. Die hat so Rezome hier und wenn sie die Rezome mit Soil oder mit Dekosat bedecken würde, dann würde sie anfangen zu faulen. Also die kann man gut aufbinden auch, wie wir das eben gemacht haben. Parallel kann man aber auch zum Beispiel die in diese Spalten hier setzen. Und weil das mit so einer Pinzette teilweise wirklich unpraktisch reichen, können Sie das auch tatsächlich nicht. Weil wenn so kleine Ritzen sind, können Sie das tatsächlich per Hand machen. Hier müssen wir mal die Wurzeln einkürzen. Wir müssen immer sehen, dass Sie hier relativ stark die Wurzeln einkürzen. und dann können Sie hier tatsächlich ohne große Probleme hier in diesem Bereich. So schön das hier auch ist. Hier ist noch eine Blüte, aber die wird Ihnen nicht viel helfen in der Anfangsphase. Also die werden Sie auch schon vorhin mal eben abschneiden. Ich hoffe, dass ich die Wurzeln inzwischen kriege. Machen wir noch welche? Das Wasser noch nicht nur da? Ja, das klingt so. So, das erste Pflanzen, die wir gesetzt haben, Anubias, Nana, die wird da auch inzwischen weiter wachsen und um jetzt wirklich diese ganzen Hohlräume, die da entstanden sind, wo Sie sagen, oh, können Sie da noch das Hohl durchriesen, das sieht doch irgendwie unschön aus. Da können Sie zum Beispiel ohne Probleme diese Nose nehmen, die wir genommen haben, um die Wurzeln und um die Steine zu entwickeln. Und nehmen die hier und setzen die in die entstandenen Hohlräume. Denken Sie daran, die später zu beschneiden. Es hilft halt auch den Bereich hier so ein bisschen abzusichern, dass da kein Zoll durchwurzt. Und es sieht übrigens recht natürlich aus, wenn Sie das machen. Stefan, du weißt, dass ich nach der schwierigsten Bedingung arbeite, wie lange hast du für den Hardscape Aufbau gebraucht für dein Becken, für den IAPL-10? Bei den ganzen Nacht gebraucht. Sag mal, wie lange? Ja, so nach und nach, zwei, drei Wochen. Ja. Das Hardscape hat nicht gebraucht. Also der drittplatzierte dieses Jahr, der relativ bekannte japanische Aquascaper Fukada, der hat drei Monate gebraucht, bis er dann, bis er angefangen hat zu pflanzen. Also deswegen ist das jetzt ein bisschen, sehen Sie es mir nach, ist das für viele Aquascaper mit der, der wichtigste Prozess. auch der erste, der ist jetzt einziger Europäer, der diesen Wettbewerb gewonnen hat. Gregor Wolinski 2014, hat ein außergewöhnliches, der hat deswegen gewonnen, weil unter anderem das Hardscape so außergewöhnlich war. Und auch der hat, sagte er mir jedenfalls, fast drei Monate gebraucht, bis er dann, bis die Steine alle so waren, wie er sie dann haben wollte und die Wurzeln und hat dann, erst angefangen zu pflanzen. Also, darum, ich benutze diesen Begriff Quick and Dirty nicht, aber in so einem Workshop kann das natürlich nicht immer alles so sein, wie es zu 100% sein soll. Jetzt haben wir den vorderen Bereich fertig, die ganzen Reste nehmen wir da gleich ab und jetzt fangen wir den hinteren Bereich zu pflanzen. Sie müssen sich vorstellen, die Grundidee bei diesem Layout, die Grundidee ist folgende, dass Sie nachher die Stenkelpflanzen so setzen und die auch nachher so schneiden, dass das sozusagen diesen Bogen mitmacht, den Sie hier sehen, wie wir den Soil getrennt haben vor dem Dekosat und auch so ein bisschen, wo die Wurzel könnte noch ein bisschen sich mehr so in diese Biegung, also eigentlich ist es fast ein bisschen lang hier, dass wir die Pflanzen nachher so schneiden, dass sie sozusagen hier in so einem Bogen verlaufen und die Pflanzen werden tatsächlich nicht neu gesetzt, ab und zu muss man sie mal neu setzen, aber eigentlich werden sie geschnitten wie eine Hecke. Deswegen nutzen wir hier sehr, sehr viele, für den Bereich sehr, sehr viele Stengelpflanzen. Die kann man nämlich wirklich ohne Probleme so schneiden. Aber wir sind weiter dabei, aufzubauen und wir fangen von vorne nach hinten und in dem vorderen Bereich, gerade in dem Bereich, wo wir Schatten pflanzen, wo es schattiger ist, wo vor allem die Hölzer hier Schatten geben, dann nutzen wir Pflanzen, die vielleicht nicht ganz so viel Licht brauchen und da eignen sich meistens immer Kryptokurine. Da haben wir hier welche, die sind sehr lang, die werden sich nachher in der Wuchshöhe dem Becken auch anpassen. Zurzeit sind sie ein bisschen zu lang für das Becken. Trotzdem nehmen wir die, das ist ja gar kein Problem, weil eigentlich, die wäre zum Beispiel die Anja. Eigentlich ist das so, dass, ich weiß nicht, viele Aquarianer haben schon mal von dieser Kryptokurinen-Freude gehört. Die werden ja sozusagen über Wasser gezogen, diese Pflanzen, in den Gewächshäusern und stellen später sozusagen ja dann ihren Wuchs auf Unterwasserblätter um. Und die sehen dann teilweise anders aus als die. Und gerade die Kryptokurinen werfen relativ häufig auch dann mal ihre Blätter in der Anfangsphase ab, verfaulen richtig und dann kommen die neuen Blätter raus. Viele Leute denken dann, das stimmt irgendwas nicht, jetzt sind wir mal länger in den Kryptokurinen-Anfuhr faulen. Also ein bisschen Geduld, normalerweise kommen da neue. Und die nutzen wir jetzt, oder setzen wir einmal ein, hier in diesem hinteren Bereich, direkt, und setzen sie auch nicht immer gerade. Setzen sie immer leicht schräg, weil es ist ja logisch, wenn das ihr Bodengrund ist und Sie setzen die gerade, dann geht die auch leicht wieder raus. Wenn Sie die schräg setzen, dann logischerweise haben Sie mehr Soil, der da drauf lastet. Und die kriegen Sie sozusagen nicht wieder rausgezogen. Wenn Sie gerade pflanzen, kann Ihnen so eine Pflanze relativ schnell wieder rausgehen. Deswegen immer schräg einpflanzen und immer von vorne nach hinten leicht. Die wächst nachher gerade. Es ist nicht so, dass sie dann auch schräg wächst. Es ist nur, damit die viel besser hält und im Bodengrund viel besser verankert ist. So, die setzen wir hier. Da war sie auch geplant. Und da soll sie auch den Zweck erfüllen, auch wenn sie jetzt, aber das macht gar nichts, wenn sie jetzt einen Ticken länger ist, als gedacht. Ja, würde ich jetzt machen, wenn ich ein Becken einrichten würde für mich zu Hause, würde ich komplett die Blätter abschneiden. Also nach dem Einsetzen? Jetzt gleich schon. Ach so, jetzt gleich. A, es ist einfacher zu pflanzen und B, die Blätter werden sowieso verfaulen. Spätestens in zwei, drei Wochen. Und die Blätter, die hier neu kommen, werden sowieso auch anders aussehen, als die Blätter, die dann nachher unter Wasser wachsen. Aber jetzt für so einen Workshop-Tank und hier, vielleicht ist es so schön, wenn ich jetzt einfach die Blätter abschneide, aber für die Krypto ist es sogar noch besser. Ganz interessant ist auch, wenn sie so einen Sprüher haben, dann haben wir jetzt hier nicht, mit so einer großen Pumpflasche, wo sie halt draußen, ich glaube hier, ich kann sagen, hier ungezieht versprühen, oder wie, aber mit so einem langen Metallstab, dann kommen sie halt besser, dann kommen sie halt besser hier unten an den Bereich, weil das ist jetzt fast schon ein bisschen zu trocken. Das merkt man beim Pflanzen. Wenn der Boden, wenn da richtig nass ist, der Bodengrund und richtig das Wasser durchsetzt ist, dann können sie das halt auch einfacher pflanzen. So, das macht nichts, kriegen wir noch was hin. So. Ich nehme hier diese dünne Pinzette, aber ich merke schon, dass sich da nicht ganz so einfach geht, es gibt auch eine andere. Hier mit dieser Pinzette kann ich die besser greifen. Und dann fällt mir das Pflanzen auch einfacher. Ich sehe sie schon deutlich besser, als mit dieser dünnen Pinzette. Die dünne Pinzette, da gibt es wieder andere Pflanzen. die ich damit einsetzen kann. Die Aquascaping-Berker hat mir freundlicherweise Matthias zur Verfügung gestellt, weil auch meine durfte ich logischerweise, weil da auch ganz viele Scheren drin sind, im Flieger nicht mitbringen. So, Nummer eins. Ja, das ist die, die wir nachher noch mal. Stopp. Da haben wir jetzt ein bisschen zu fliegt in, und dann haben wir einen Basaltstein. Wo sind die Basaltsteine? Oder gibt es den schwarzen Laberstein da bitte noch mal? Nee, den kleinen, der genau daneben ist. Das war jetzt hier noch so ein bisschen unstabil. Dann hat sich das noch ein bisschen geändert hier. Den lege ich jetzt schon mal drauf, weil der kommt auf jeden Fall nachher runter, aber damit die Kurze fest ist. Gleich kommen wir auch sogar so damit hin, dass wir später gar nicht mehr... So, Nummer eins. Und jetzt, damit wir nicht die Balance des Layouts verlieren, sollte man sich relativ kurzzeitig Gedanken machen, wo denn die ganzen Pflanzen alle hin sollen, die ich da gekauft habe. Und manchmal ist man dann so im Fieber und pflanzt das alles und stellt nachher fest, jetzt habe ich auch noch eine Pflanzensorte über, die ich eigentlich noch setzen wollte. Und was mache ich denn nun? Jetzt kann ich ja nicht alle wieder rausreißen oder wie auch immer. Und somit sollte man sich die Bereiche, in denen ich pflanzen möchte, schon mal aufteilen. Zu den Pflanzen, die ich gern setzen möchte. So, und das, ich weiß ungefähr, normalerweise macht man sich vorher einen Plan, welche Pflanzen ich da einbringen werde. Und damit ich eine saubere Trennung habe, setze ich die, nehme ich als Hilfe diese kleinen Grillstäbchen und dann kann ich diese, kann ich diese Bereiche besser trennen. Wichtig ist, wenn Sie hier im hinteren Bereich nur mit Stängelpflanzen arbeiten, so wie ich es machen will und die nachher schneiden möchte und das soll nachher auch wie eine Hecke aussehen, dass der Rückraum auch interessant aussieht. Das heißt, Sie müssen unterschiedliche Färbungen haben. Wenn Sie nur grüne Pflanzen setzen mit der gleichen Blattform, dann sieht das nicht wirklich spannend aus. Da können Sie auch drei oder vier verschiedene Sorten nehmen, die sehen nachher alle gleich aus. Das heißt, Sie müssen versuchen, Pflanzen unterschiedlichster Couleur zu nehmen mit unterschiedlichen Blattformen und unterschiedlichen Färbungen. Da sieht dieser Bereich nachher hochinteressant aus. Am besten sieht es aus, wenn Sie grün, rot, grün, rot wechseln, dann haben Sie nachher nicht zu Heupe wechseln, höchstens ein- oder zweimal und dann haben Sie einen wunderschön gestalteten Rückraum und der sieht auch interessant aus auf die Dauer. So, und ich habe jetzt hier Platz geschaffen für die drei, vier, fünf Pflanzenorten, die ich da habe und wir fangen auch wieder mit den Pflanzen von vorne nach hinten an. Wir müssen mal gucken, was wir hier alles haben. Das kommt, wenn man zu spät kommt, dem straffes Leben, oder wie heißt das? Das haben wir hier? Ja, genau. Das sind In-Vitro-Pflanzen hier übrigens. Die nehmen wir einfach mal. Die kommen dann hier in diesen voranen Bereich. Weil die sehr dünn sind, nehmen wir jetzt auch natürlich durch die entsprechende Schere. Die sind hier auch recht kurz. Die wird man leider jetzt gleich auch nicht sehen können. Die wachsen aber relativ schnell. Und bleiben dann ungefähr, werden auch hier in dieser Höhe immer geschnitten. Nicht, dass Sie die ganz hoch wachsen lassen. Also, das wird nach hinten aufsteigen und so müssen Sie nachher sozusagen diese Bewachstung halt auch pflegen. Ganz gut. Das Pflanzen ist halt immer ein nicht so, beim Workshop einem nicht so aufregender Prozess. Deswegen würde ich mal bitten, Johannes, könntest du mal den Dünger und auch die Wasserzusätze einmal holen. Dann kann ich das Thema beim Pflanzen schon mal genau hier oben hinstellen. Dann kann ich das mit dem Thema düngen. Und auch wenn es vielleicht blöd ist, dann kriegst du das eine oder andere Dünger, den ich erläutere, mal eben kurz hoch. Dann wissen halt auch alle, was gemeint ist. Das ist eine Stängelpflanze. Die wächst relativ schnell. Und wie gesagt, bleibt dann auf der, soll bitte geschnitten werden, hier sozusagen als erster Busch, bis zu dieser Höhe. So. Und auf der Höhe schneiden Sie die auch immer. Wie eine Fuchsbaumecke. Und die, zum Beispiel diese Pflanze, die nimmt in der Sonne die Gewinne. So. Was tun wir, nachdem wir gepflanzt haben? Wir werden nachher den Filter einbauen. Ein und aus, noch hier. Wir werden CO2 auch schon heute Morgen gleich installieren. Da gibt es so einen Blasenzähler. Das können wir gleich nochmal zeigen. Und hier stellt man auf eine Blase die Sekunde ein. Mindestens CO2, wenn das Becken nachher gut eingewachsen ist. Und entsprechend wächst. Mindestens drei Blasen die Sekunde. Das ist immer gut an den ADA-Produkten, an den ADA-Blasenzählern kann man das immer gut messen. Filter. Und dann in der Anfangsphase, ganz ganz wichtig, ist das Thema Wasserwechsel. Kannst du mal eine nächste Frage mitnehmen? Ja, gerne. Eine Frage kam, wie spart man sich mit dem Power Center Advanced die Bodenzusätze? Nein, spart man sich nicht, obwohl der Boden der Advanced, also früher hieß der mal Spezial S, heute heißt der Advanced, ist einfach nur die Namensgebung geändert worden. Die sind schon mit Cleo Supper und mit Bacta in 100 versehen. Allerdings hat der Advanced deutlich mehr Nährstoffe. Der ist schon angereicherter. Und bei dem Advanced ist es so, deswegen heißt der auch Advanced, ist vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, für fortgeschrittene Aquascaper, das klingt immer so, aber er gibt zum Beispiel deutlich mehr Ammonium ab. in der Anfangsphase. Und auch damit muss man vielleicht ein bisschen umzugehen wissen. Hat natürlich den Effekt, dass wir auch genau wie beim normalen Amazonia und nicht wie bei dem Amazonia 2, den wir hier nutzen, schon auch relativ schnell einen wirklich extrem guten Pflanzenwuchs haben. aber bringt natürlich auch das ein oder andere Thema mit sich, also noch intensiver Wasser zu wechseln oder auch diese Ammoniumabgabe auch zu überprüfen. Deswegen heißt es auch Advanced. Sie können den Advanced auch nutzen in der Anfangsphase, wenn Sie zum Beispiel aus Ihrem alten Filter, Filterschlamm, wirklich haben, den Sie in den Filter packen können. Weil gerade dieser, diese Filter, dieser alte Filterschlamm von geimpften alten Filtern, der ist extrem gut, diese Bakterien im Ammonium abbaue. Sonst kann das teilweise kontraproduktiv sein. Deswegen würde ich jedem empfehlen, der jetzt kein altes Filtermaterial hat und auch nichts dazu hat, um diesen Filter anzuimpfen, vielleicht mit dem normalen PowerSend erstmal anzufangen und Bakterien 100 und Clear Super hinzuzufügen. Gerade vielleicht auch für Anfänger. Deswegen, also ich kann bei dem PowerSend Advanced, würde ich als Beispiel auch nicht auf Clear Super und Bakterien 100 und Tomadine bis Sie zusätzlich verzichten wollen. Also so viel ist dann sozusagen auch nicht wieder dran. Aber die Zusammensetzung ist schon etwas andere. Jetzt habe ich die zweite Pflanze hier reingesetzt. Davon habe ich glaube ich nicht mehr genug da, aber das macht ja nichts, wir sind ja kreativ. Sie sehen hier eine rote Pflanze mit eher runden Blättern. Und jetzt setze ich natürlich hier vorne haben wir eine grüne Pflanze, sehr feingliedrige Pflanze. Und jetzt setzen wir in diesem hinteren Bereich sozusagen was Konträres dazu. Und zwar ist das die Rotala Balichi, die jetzt auch wieder ein komplett anderes Blatt hat und dann halt auch später eine sehr gute Abwechslung bietet im hinteren Bereich. Ich habe hier immer so drei, vier Pflanzen. Wurzeln sind gekürzt, präpariert sind die prima, die ich zusammenklemme und dann hinten einsetze. Und wie gesagt immer schräg und jetzt habe ich es sogar falsch gemacht. Von vorne nach hinten. Vielleicht Johannes, wenn wir einmal die Filter zeigen, nicht die Filter, sondern die Dünger zeigen und erklären. Das allererste, was ich nachher machen werde, wenn wir Wasser eingefüllt haben, nämlich ein Produkt, das heißt, du hast ja nicht, Zusätze stehen da hinten. Das heißt Clear Water. Die Dosierung steht drauf. Wie es schon heißt, das macht das Wasser tatsächlich klar innerhalb relativ schnell, weil es halt auch Schwebestoffe bindet und es kann Phosphate aus dem Wasser ziehen. Auch in der Anfangsphase nicht ganz unerheblich, weil gerade die dazu beitragen, dass wir hier eine Eigenentwicklung haben. Und das Zweite ist, aber davon hängt es ab, was für Wasserwerte und Werke Sie haben. Wenn Sie Chlor im Wasser haben, kann ich immer nur empfehlen, auch nur geringste Mengen dieses Chlor oft mit hinzuzufügen. Dann halt auch später immer nach dem Wasserwechsel, aber gerade wenn Sie es neu haben, diese beiden Produkte sind eben dazu da, in der Anfangsphase das Aquarium zu unterstützen. Also wie gesagt Clear Water, um das Wasser zu klären, um Phosphate zu binden und Chlor auf, wenn tatsächlich Chlor im Wasser ist, um das relativ schnell zu binden, weil das wäre nicht so optimal. Und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt ab morgen schalten wir das Licht an, acht Stunden, sieben Stunden am Tag in der Anfangsphase, wenn das Aquarium sich entwickelt und die Pflanzen stark wachsen, kann ich das steigern, aber nicht mehr als zehn Stunden maximal am Tag, auch bitte keine Pause oder Mittagspause oder irgendwie sowas machen. Das ist dann immer so, dass die eigenen da nicht wachsen. Sie müssen sich vorstellen, die Pflanzen arbeiten hart, drei, vier Stunden, wollen jetzt assimilieren und wollen jetzt wachsen und sagen, ja, jetzt kann ich Nährstoffe aufnehmen und alles und dann schalten Sie wieder das Licht ab. Und dann machen Sie drei Stunden Mittagspause und dann machen Sie das Licht wieder an und dann geht das wieder los in drei, vier Stunden und dann sagen Sie, ja, jetzt kann ich wieder wachsen, jetzt kann ich wieder, und dann schalten wir wieder das Licht ab. Also, das hat mir noch keiner erklären können, welche Sinnhaftigkeit das ergibt, aber gut, das heißt, heißt ja aber nicht, dass das bei anderen funktioniert hat, also zehn Stunden maximal Licht durch. Und in der Anfangsphase deutlich weniger, weil, wie gesagt, die Pflanzen halt ja auch noch nicht so stark wachsen. Mit sieben Stunden anfangen, ich fange nur mit sieben Stunden an, dann acht, neun, aber wie gesagt maximal zehn. Aber in Amazonas kommt man sehr oft vor, dass zum Mittag eben Regenwolke kommen und da ist relativ dunkel am Boden im Wald. Ja, also im Amazonas werden Sie sowas hier auch nicht finden. Also wenn es im Amazonas rumschwimmt, sehen Sie ja auch, dass es in der Skalade Neon in braunem Wasser ohne Pflanzen nicht viel, je nachdem, wo sie sich bewegen. Also sowas werden Sie im Amazonas nicht finden. Also das ist kein Biotop. Biotop wird niemals so sein. Deswegen ist es A richtig, was Sie sagen, aber B, dieses Habitat gibt es da nicht so. Also das, weil diese Pflanzen sind ja teilweise, können auch teilweise aus Südostasien oder wie auch immer und wachsen in ihren natürlichen Habitaten so einfach nicht. Also die Wuchsform ist eine gänzlich andere. Aber klar gibt es da auch mal so eine Pause. Das stimmt. Einige denken ja auch, dass es gut für den Pflanzenwuchs ist. Also wenn das funktioniert, soll man das gerne machen. Aber ich halte da nicht so von. Das heißt aber nicht, dass das alles richtig ist. Bitte. Und die Mittagspause sind meistens kompletten CO2-Versorgung haben, aber man sagt, man versucht irgendwo, wenn das CO2-Becken ausgeht, die Mittagspause einzuhalten. Okay. Also ich habe viel darüber gelesen und da steht, wenn man keine Zeit der 2-Versorgung hat, macht man Mittagspause nach 3-4 Stunden, aber ansonsten macht es so, wie Sie sagen, überhaupt keinen Sieben in den Mittagspause zu lassen. Hast du das auch schon mal gehört? Ich würde das so unterschreiben, der CO2-Gehalt kann sich einfach wieder erholen, aber in der CO2-Anlage im Wasser oder in der CO2-Anlage verwendet man richtig mit der Spouse-Versorgung ist vor nichts. Aber wenn man jetzt so ein Decken hat, nicht so ein Main-Tax-Heil-Deck-Decken, sondern einfach so ein normales Licht, ein kleiner Filter drin, in der CO2-Anlage, dann kann man nur so eine machen. Okay. Das ist die Geschichte dahinter. Aber so für Akkus-Käping macht es überhaupt keinen Sinn in dem Spouse. Das heißt doch nicht, dass das schädlich ist oder so. Das wollte ich damit nicht sagen. Also reine Logik, wie Matthias das sagt, also mit so einem High-Tech-Becken, in Anführungszeichen, ist das tatsächlich eher kontraproduktiv. Weil die Pflanzen dann in dem Peak, das hatte ich Ihnen erst gezeigt, wo sie assimilieren wollen, dann sozusagen den Hahn abgedreht bekommen. Und die Pflanzen brauchen eine gewisse Zeit, bis sie dann sozusagen, bis sie Sauerstoff abgeben. Das sehen Sie dann auch. Und dann brauchen sie halt, um dann das Licht abzudrehen, halte ich für nicht optimal. Wir haben den Wasseraufbereiter drin und jetzt geht es natürlich dazu, was mache ich dann mit der Düngung. Und das Erste, was die Pflanzen brauchen, ganz wichtig, der erste Dünger ist Kalium. Da gibt es zwei Varianten, gab es früher nicht, warum gibt es heute zwei Varianten? die Dünger ist einmal Zeiss, Brighty K und Neutral K. Also mal ein, die Dysierung bei ADA ist immer relativ easy. Ein Pumpenhub auf 20 Liter. Also hier sind 50, 60 Liter drin. Hier habe ich immer ein, drei Pumpenhübel würde ich davon, von dem Produkt immer reingehen. Und das Brighty K ist sozusagen Kalium. Das hat aber einen nicht so schönen Nebeneffekt, was in Japan keine Rolle spielt. Deswegen nutzen die in Japan und in die Garten dieses Brighty K. Es härtet leicht das Wasser auf. Also pH und K. und teilweise arbeiten wir hier schon mit hartem Wasser. Da wäre, würde das ja kontraproduktiv sein, sozusagen über die Brighty K noch das Wasser nochmal aufzuherten. Teilweise härtet das auch über Steine auf und und und. Und dann bringe ich da diesen Dünger rein und dann härte ich das Wasser nochmal auf. Und deswegen hat ADA ein weiteres Produkt, das haben Sie nämlich gelernt, dass es in Europa andere Wasserherden gibt. Das hat den gleichen Effekt, härtet das Wasser aber nicht auf. Das heißt für Sie ist zu entscheiden, habe ich hartes Wasser oder habe ich weiches Wasser und wenn ich weißes Wasser habe, kann ich die Brighty K durchaus nehmen. Die Aufhärtung ist minimal. Aber sonst nehme ich dieses Neutrale, weil sonst ich brauche diesen Effekt, wenn ich eh schon, sage ich mal, Carbonat hätte 6 und 7,2 habe oder wie auch immer, dann muss ich das Wasser nicht noch weiter aufhärten. Deswegen hat ADA einen zweiten ausgebraucht. Den bringe ich relativ zu Beginn, nach dem ersten Wasserwechsel, nach dem zweiten, dritten Tag, mache ich den ersten Wasserwechsel 50%. Und danach kann ich das da schon düngen. Und dann fange ich an, das sind Tagesdünger. Das heißt, die Dünger sollten und müssten täglich verabreicht werden. Und genau, das sind die Basisdünger, Neutral K, Brighty K. Und ich sprach gerade das Thema Wasserwechsel an, das wollte ich jetzt nicht einfach so übergeben. In der Anfangsphase gibt der Bodengrund viele Nährstoffe ab, auch in die Wassersäule. Und die Pflanzen wachsen noch nicht so gut und können diese Nährstoffe noch nicht optimal verarbeiten. Und das, was am besten hilft, dieses Problem zu umgehen, ist viel Wasserwechsel zu anfangen. Und so oft, es gibt gar nicht häufig genug. Wenn Sie sagen, jeden Tag, machen Sie es am besten jeden Tag. Aber zwei-, dreimal die Woche, mindestens in der Anfangsphase, wenn Sie mit Zollen arbeiten, dann ist das absolut zu empfehlen. Und kann ich nur, weil sonst haben Sie die Problematik des Nährstoffüberschusses, die das einfach mit sich bringt. Und das sollten Sie halt auf jeden Fall tun, in den ersten zwei bis drei Wochen, mindestens zwei bis drei Mal die Woche Wasser zu wechseln. Das können Sie später minimieren, wenn Sie die Pflanzen wachsen und sich entwickelt haben. Einmal die Woche Wasserwechsel ist aus meiner Sicht Pflicht. Also, es gibt einige, die sagen, nee, ich mache das, ich mache alle zwei Wochen nur Wasserwechsel. Aber alle Escapes, die ich habe oder von den Leuten, die ich kenne, die wechseln auch bei Aquarien, Jahrscheden oder wie auch immer, wöchentlich Wasser. Das macht jetzt auch nichts, wenn Sie im Urlaub mal drei Wochen nicht wechseln oder wie auch immer. Aber eigentlich können Sie mit dem Wasserwechsel so gut wie jede Problematik unter anderem halt auch lösen. Und deswegen würde ich empfehlen, in der Anfangsphase zwei bis dreimal die Woche Wasser zu wechseln. Dann kommt das ökologische System auch relativ gut in Gang. Nach dem Wasserwechsel, ob Sie es unbedingt immer brauchen, Clear Water oder oder Chlor-Oft, hat damit zu tun, ob Sie wirklich jetzt auch Chlor im Wasser haben. Was Sie unbedingt in der Anfangsphase einbringen sollten, ist das Produkt Green Bacter. Wir haben den Bodengrund geimpft mit Bakterien und wir haben einen ganz neuen Filter, der überhaupt gar keine Bakterien in sich drin hat. Auch in der Wassersäule ist deswegen relativ viel oder im Filter ist relativ wenig ist relativ wenig sind relativ wenig Bakterien, die wir unbedingt brauchen und dieses Produkt Green Bacter bringt diese Bakterien mit in die Wassersäule. Das in der Anfangsphase, in den ersten eins bis zwei Wochen, geben Sie das jeden Tag ein. Ein Tropfen wieder auf 20 Liter. Das hilft ungemein das Thema Wasser mit Ja, ein Hup, das ist Tropfen, das ist keine Hupen, das ist so eine kleine Flasche. Du kannst es nochmal zeigen, das ist eine kleine Flasche und da ist es eben ein Tropfen. Ein Tropfen auf 20 Liter und da gebe ich dann auch die ersten zwei Wochen täglich zwei Liter ein, das habe ich da immer auch heute Morgen geflaschen, drei Tropfen rein und nachher immer nach dem Wasserwechsel. Also ganz, 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 ganz wichtig, auch die Wassersäule und den Filter mit Bakterien anzuimpfen und was die Pflanzen relativ schnell brauchen neben dem Kalium sind Spurenelemente, Mineralien. Weil alle anderen Nährstoffe unter anderem bekommen die Pflanzen relativ intensiv, jedenfalls zu Anfang, aus dem Bodengrund. Nicht alle, aber viele der Nährstoffe und darum gibt es ein Produkt, das heißt, Mineral und dieses bringt, ich konnte es auch mal zeigen, wieder Reitig und Nährstoffe mit in den Tank, genau. Und da ist auch wieder ein Pumpenhub auf 20 Liter und das ist nicht ergänzend, sondern das müssen Sie sozusagen mit dem Dry Decay, das heißt, Sie haben einmal den Dry Decay oder Neutral Decay, drei Pumpenhübe und den Mineral. Das sind Ihre Dünger, mit denen Sie sozusagen anfangen. Und Sie müssen sich das so vorstellen, umso mehr die Pflanzen wachsen und umso mehr, umso älter das Soil ist, umso mehr verschiebt sich die Nährstoffbalance. Das heißt, der Soil gibt weniger Nährstoffe ab, weil er so nach und nach ein bisschen ausgelaugt ist. Die Pflanzen brauchen mehr Nährstoffe, das heißt, wir müssen mehr Nährstoffe auch über die Wassersäule hinzufügen. Das heißt, wir geben dieses Kalium dazu, wir geben die Mineralien dazu und relativ schnell werden Sie merken, dass vielleicht die eine oder andere Pflanze nicht mehr so weckt oder vielleicht auch sogar so ein leichtes gelbes Plättchen bekommt. Und dann ist der Zeitpunkt, den kann man gar nicht genau mit einem Termin definieren, meistens ist das nur noch zwei bis drei Monate, dann ist die Zeit für zusätzliches Eisen gegeben. Und dieses zusätzliche Eisen ist und heißt bei Aria logischerweise Iron. und das sollten Sie dann als dritten tatsächlich Dünger parallel düngen. Das heißt, wenn das Aquarium eingewachsen ist nach diesen drei Monaten, die ich Ihnen da immer auf den Fotos gezeigt habe, dann sollten Sie und müssten Sie diese drei Dünger düngen, damit Sie den optimalen Erfolg haben. Und eine dritte Variante, die ich Ihnen nicht verheimlichen möchte, ist, und das ist unabhängig von dem Fischbesatz. Wenn Sie so ein Aquarium haben und Sie haben dort relativ wenige Fische drinnen, dann erzeugen diese Fische auch wenig Ausschaltungsstoffe. Einige Ausschaltungsstoffe sind nicht nur negativ, sondern auch positiv für den Pflanzenbus. Und das heißt, das Becken braucht, wenn es über den Fischbesatz nicht gewährleisten wird, auf jeden Fall auch Stickstoff. Und der ADA hat dann dieses Produkt auch noch dazu, was Sie einbringen müssten. Und das nennt sich dann Nitrogen. Das kann tatsächlich sein, dass Sie dann, wenn das Aquarium ein halbes Jahr oder ein Jahr alt ist, sozusagen also komplett eingewachsen, mit diesen Komponenten komplett Tagesdüngen müssten und sollten. Das ist aber jetzt auch nichts Schlimmes, weil diese Dünger einmal die Woche oder alle zwei Wochen zu geben, ist halbäglich für Futter. Die Pflanzen haben täglichen Nährstoffbedarf und nicht über irgendwelche Tabletten oder wie auch immer einmal die Woche. Das kann auch funktionieren, aber bei diesen mit extrem CO2 und auch mit nährstoffversorgten Aquarien, da müssen Sie den Pflanzen tatsächlich auch das entsprechend Futter geben. Also das ist und das sehen Sie, wenn Sie häufiger diese Aquarien eingerichtet haben oder diese Pflanzen Aquarien, kann man das tatsächlich an den Blättern erkennen. Also wenn die neuen Blätter teilweise etwas kleiner werden als die vorherigen oder vielleicht auch teilweise sie in leichten Gelbschimmer entdecken oder wie auch immer, dann ist es Zeit tatsächlich auch den Dünger anzupassen. Das ist ein lebender Organismus, das ist ein lebendes Ökosystem und da gibt es zwar wirklich auch gut halten können, aber das Beobachten und das, wie die Fische sich entwickeln, wie die Pflanzen sich entwickeln, ist eigentlich das A und O und danach können Sie die Maßnahmen auch dann ergreifen. Seien Sie sich sicher, wenn Sie alles richtig machen und alles beachtet haben, Sie werden in der Phase insbesondere dann, wenn Sie mit dem Düngen anfangen, tatsächlich eine Eigenentwicklung haben. Es kann sein, dass Sie nur ganz leichte Grüneigen an den Scheiben haben, es kann aber auch sein, dass Sie tatsächlich auch eine heftigere Grüneigenentwicklung haben und dann tun Sie bitte nicht, machen Sie nicht den Fehler, den viele andere dann machen, kein Dünger mehr, Licht reduzieren und was es da alles für Dinge gibt. Damit wirken Sie das System quasi ab. Wasserwechsel intensivieren, es kann tatsächlich helfen, die Beleuchtung zu reduzieren, aber nicht von der Stärke. Also ich habe noch nie die Beleuchtung von der Stärke her reduziert, sondern es kann aber vielleicht auch gehen, aber ich würde eher empfehlen, das von der Stunde zu sagen. Okay, dann nehmen wir jetzt nochmal eine Stunde runter und beleuchtet dann sechs Stunden anstatt sieben. aber wenn Sie dann anfangen zum Beispiel auch den Dünger zu reduzieren, kann das natürlich auch sein, dass dann nachher wieder die Pflanzen nicht wachsen. Dann wachsen vielleicht die Algen auch nicht, aber wenn die Pflanzen nicht wachsen, wachsen dann wieder die Algen. Also Sie sollten in dieser Anfangsphase, Sie kriegen viele Probleme tatsächlich mit Wasserwechsel, mit intensivierten Wasserwechsel in den Griffen, um die Nährstoffe eigentlich aus dem Aquarium rauszubringen, die dann überschüssig sind. Und diese Nährstoffe, die urschüssig sind, die werden eben von den Algen benutzt und diese Algen, die wachsen teilweise eben schneller. Die können diese Nährstoffe halt einfach schneller verarbeiten. Ich hoffe, ich habe Ihnen vom Düngesystem fast alles erzählt. Es gibt 300 Milliliter Flaschen und 180 Milliliter Flaschen. Beleuchtung, habe ich Ihnen das erzählt. Wir nähern uns jetzt sozusagen dem Ende auch des Pflanzprozesses. Sie sehen, ich habe unterschiedliche Arten von Stängelpflanzen, unterschiedliche Blattformen, unterschiedliche Färbungen, die werden sich unter dem Licht ausprägen. Aber vom Grundsatz her müsste das nachher so geschnitten sein, dass es in die Richtung geht und auch in die Richtung geht. Also sozusagen, dass das Aquarium nachher sozusagen wie so eine Hecke ist, die nicht abrupt vorne endet, sondern sozusagen nach vorne geschwungen weg geht. Und gerade die, die waren jetzt so kurz, weil das in Vitropflanzen sind, die sieht man nicht, aber die werden relativ schnell hinterher kommen. Ja, also Bodenplus ist einfach das Produkt, was ich schon geschildert habe. Wenn der Bodengrund, wenn Sie halt merken, Sie machen jetzt alles richtig, aber der Pflanzenwuchs, gerade so bei Kryptokorien oder bei Echinodurin oder die auch sehr stark über den Wurzelbereich sich versorgen, der ist nicht mehr so, wie er mal war, dann kann das tatsächlich sein, dass nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren, der Bodengrund, der Soil, etwas in seiner Wuchskraft nachgelassen hat. Und dann kann ich über das Produkt Bottenplus, das sind sozusagen, die stecken Sie, das sind sozusagen Tubs, die stecken Sie in den Soil rein. Und damit können Sie den Bodengrund recht einfach und gut nachdüngen. Und die Zusätze hier, die wir noch haben, das sind auch nicht unbedingt die Must-Haves, aber wenn Sie Pflanzen haben, die rote Pflanzen haben, wo Sie mit der Färbung nicht zufrieden sind, wo Sie sagen, ich mache wirklich alles, aber irgendwie ist die Blattfärbung, mit ADA, Iron rein, da ist ja Eisen schon drin, aber trotzdem, die Blattfärbung ist nicht so, wie ich es mir vorstelle, dann liegt das sehr, sehr häufig daran, dass trotzdem noch Eisen fehlt. Und ECA ist einfach hochkonzentriertes Eisenpräparat, was gerade diese Pflanzen extrem nochmal in ihrer Lichtfärbung unterstützt. Green Gain ist ein Produkt, was hilft, wenn Sie jetzt radikal zurückgeschnitten haben. Das klingt jetzt vielleicht für einige komisch, die Pflanzen sind verletzt. Also sind tatsächlich, und damit die Pflanzen schneller wieder ins Wachsen kommen, sich schneller verzweigen und sich schnell von diesem teilweise radikalen Rückschnitt erholen, gibt man dieses Produkt Green Gain rein. Viele Aquascaper schwören da drauf. Die haben dann vorher das nicht geglaubt und haben das dann benutzt und sind überrascht, wie stark die Pflanzen dann wachsen und sich vor allem dann auch verzweigen. Und Pythongid ist so ein spezielles Produkt von der Manu, gibt es jetzt auch ein neues, das heißt Pythongidzold, das kommt in einigen Monaten. Ein Pythongid, ganz häufig haben Sie hier so an den Wurzeln, an den Steinen so kleine Pinselalgen oder auch an den Anubien, da sind die älteren Blätter dann so Eigenpunkte drauf. Und die sind schwer zu entfernen, da gibt es doch kaum Fische, die daran rumknabbern oder wie auch immer. Und man kann ja gerade die Anubien, weil die ja so langsam wachsen, können Sie ja nicht per mal die Blätter abschneiden, da haben Sie keine Blätter mehr dran. Und dieses Pythongid funktioniert wunderbar, wenn man Wasser wechselt und man nimmt ein bisschen mehr Wasser runter, also zum Beispiel 80 Prozent, dann steht das Wasser ja ungefähr bis hier. Und dann nehmen Sie dieses Pythongid und nennen Sie einen Pinsel. Und pinseln die Anubien oder die Steine oder die Wurzeln ein, wo dann diese unschneiden Algen dranhängen. Teilweise ist das bei alten Blättern oder bei alten Steinen so, die kriegen Sie auch nicht weg. Die fallen Ihnen dann ab, diese Algen. Also Sie können sich zugucken, die sind an einem Tag weg oder wie auch immer. Aber es funktioniert nur, wenn Sie es einpinseln. Also wenn Sie hier so ein paar Tropfen in die Wassersäule geben und so, das funktioniert nicht mehr. Und Pythongid funktioniert auch ganz gut gegen Blaualgen. Also wenn Sie hier, aber nicht wenn Sie ein ganzes Becken von Blaualgen haben, dann müssen Sie andere Maßnahmen aufreiten. Aber manchmal hat man hier so Bereiche, wo Blaualgen wachsen. Man weiß gar nicht so genau, warum. Dann kann man das, auch wenn Sie Wasser abgesenkt haben, nehmen Sie das Pythongid in so eine Pipette und dann sprühen Sie das da rauf und lassen das noch für 10 Minuten, 15 Minuten einwirfen. Und dann füllen Sie das Wasser nochmal wieder auf. Das hilft auch sehr gut. Übrigens bei Blaualgen, das hatte ich erst vergessen, das Factor 100, sind ja letztendlich Bakterien. Und diese Bakterien, genau, wenn Sie Probleme mit Blaualgen haben, die nur gewisse Bereiche besiedeln und nicht das ganze Becken, das gibt es manchmal, dann nehmen Sie dieses Granulat und streuseln das da drauf, gerade beim Wasser wechseln. Also dann rieselt das da drunter und dann können Sie sehen, nach Tagen oder teilweise schon schneller, dass dieses Granulat die Bakterien auffrisst. Also da fressen die Bakterien tatsächlich die Bakterien. Blaualgen ist eine Bakterie und in diesen Bakterien 100 sind auch Bakterien. Und die Bakterien in Bakterien 100 fangen an zu leben und fressen dann die Blaualgen auf. Und da bleibt ja aber was über, das löst sich nicht auf. Und dann müssen Sie tatsächlich mal, auch wenn es vielleicht hier zum Layout nicht passt, Black Mollies, diese Schwarzen, fressen diese Reste von den Blaualgen für ihr Leben gern. Also müssen Sie vielleicht mal dann sagen, okay, jetzt liegen die Reste, ich saug die jetzt nicht ab, sondern setze mal eine Woche Black Mollies rein oder wie auch immer. Vielleicht kann ich die danach wieder woanders reinsetzen und dann fressen die dann auch. Also es funktioniert einmal frei. Aber wenn Sie natürlich eine komplette Blaualgenplage haben, dann hilft das nicht. Das hilft nur bei diesen Spots. Für die Profis oder vielleicht die schon häufiger mit Zeugearbeitstagen, hier wird man das jetzt nicht sehen. Aber wenn Sie Zeul vorne an der Kante direkt haben, also wenn ich das ganze Becken mit Zeul gemacht hatte, dann ist das teilweise so, dass sich hier dann in diesen Bereichen Blau einbilden. Und dann nehmen Sie so einen Sandbeckener, beim Wasserwechsel machen hier so eine Spalte rein, sehen Sie hier, und dann rieseln Sie hier Bakterien 100 rein, in diese Spalte. Dann machen Sie es wieder zu und dann können Sie zwei Tage, drei Tage, bis da keine Blaualgen mehr ist. Denn das haben die Bakterien aus dem Bakterien 100 diese Blaualgen dort aufgepressen. Aber wie gesagt, es funktioniert nicht, wenn Sie eine komplette Blaualgenplage warum auch immer mal klar werden. Ich glaube, ich muss mal von vorne gucken, ich verliebe mich immer in der Zeit und in der Realität, muss ich gerade sagen. Wir sind mit den Bepflanzen fertig. Wir werden das gleich vorsichtig mit Wasser füllen, wie gesagt Filter, vielleicht morgen oder heute schon CO2 anschließen. Wir werden gleich beim Wassereinlassen sehr genau beobachten, wie sich die Wurzeln verhalten, ob diese Stabilisierung, die ich da habe, ob die reicht. Oder, falls sie nicht reichen sollte, sollte man wirklich einen möglichst schweren Stein nehmen. Ich habe hier Basal, der ist echt schwer. Und dann auch, wenn es erstmal schön unschön aussieht, den würde ich wahrscheinlich mal ein bisschen gucken. Wir haben ja Profis hier, hier so irgendwie so dazwischen klemmen. Das müssen wir dann mal ausbalancieren. Dass die nicht hochkommen. Das ist ganz wichtig. Dann ist das tatsächlich so, dass es bei ADA teilweise, kann man das sehen, bei den Aufnahmen, bei den Fernsehaufnahmen, ist das auch eine Woche oder zwei Wochen dann tatsächlich auch da drin. Das ist jetzt auch nicht so dramatisch, weil das Becken eh in der Einfahrphase ist. Und dann, wenn Sie merken, so die Dinger sind jetzt vollgesogen, dann nimmst du das Ding einfach wieder weg. Das ist der Trick. Ich halte nicht so viel von diesen Schrauben, Festschrauben. Das kann man alles machen, auf Schieferplatten aufschrauben. Da haben Sie Metall im Aquarium. Und ich bin auch leider kein Freund von Kleber. Also ich binde lieber und klemm das dazwischen. Aber Kleber im Natural Aquarium, aber das ist auch nur eine Philosophie-Frage, weil der Kleber gibt normalerweise, die guten Kleber geben keine Gefahrenstoffe ab, selbst für Granelen glaube ich nicht. Also das können Sie alles machen. Aber es ist eher nur eine Einstellungssache. Also ich wickele lieber und stecke die Mose irgendwie dazwischen, bevor ich die irgendwie mit Kleber dort reinsetze. Aber das kann jeder machen, wie er will. Aber das wird gleich so etwas schwieriger werden, weil dieses Holz auch sehr leicht ist und sehr aufträgt, dass wir gleich aufpassen müssen, wie wir das einsetzen. Also wir werden das jetzt nicht mit Wasser füllen, wir sind noch von der Zeit, wir werden das gleich an den Platz, wo es hin soll mit Wasser füllen. Und es gibt da wunderbare Brüder Schmühlen, die müssen allerdings auch wieder überarbeitet werden, weil da noch der alte Dünger drin ist, der heißt Let's start with A oder beginnen wir mit A. Da steht eigentlich alles drin, glaube ich, was ich erzählt habe. Wahrscheinlich auch noch klüger und noch schlauer. Also ganz detailliert drin. Da ist auch ein Step-by-Step-Vorschlag drin. Also alles, was ich hier gemacht habe, wird da auch Step-by-Step erklärt. Und ja, das ist eigentlich der Leitfaden für den Einsteiger. Es gibt noch so ein anderes Buch, sozusagen dieses Book of ADA. Da werden die Produkte, aber das ist eher so ein bisschen Philosophie. Aber wenn jemand sagt, ich habe das noch nie gemacht, ich möchte jetzt noch mal einen Leitfaden haben und das alles drinsteht, ist das eigentlich das Optimale. Das kann man aus der ADA Homepage da da loben. Ja, das ist da in drei Sprachen. Deutsch, Französisch, Englisch. Könnt ihr downloaden. Wie gesagt, die werden gerade überarbeitet. Anfang des Jahres sind die dann auch in der neuen Version mit dem neuen Dünger, auch mit dem neuen Amazon Air 2. Also alles schon da drin, weil da sind jetzt auch einige neue Produkte gekommen. Wie gesagt, hier haben wir eine Aqua Sky G, die passt eigentlich optimal von der Lichtstärke hier drüber und die nächsten Schritte wären eigentlich so, wie ich es erklärt habe. Es ist immer schwierig, so ein Aquarium direkt nach dem Einrichten zu bewerten, wie es später mal aussehen soll. Und Sie müssen sich immer die Vorstellung hingeben, wie soll Ihr Aquarium eigentlich drei bis vier Monate nach dem Einrichten aussehen. um es dann auch in diesem Zustand zu halten. Es verändert sich immer, aber eigentlich ist ein Aquascape in der Grundstruktur nach drei bis vier Monaten so fertig, dass man sagt, genau so wollte ich es auch haben. Also ich habe eine große Ehre gehabt, ein Aquarium einzurichten. Matthias hat da auch mitgeholfen, als wir in die Gata waren, das 90p. und viele haben dann zu Anfang gesagt, das sieht aber sehr extravagant aus, was du da gemacht hast. Und ich glaube, jetzt nach einem Jahr war ich sehr stolz, weil es sah nach einem halben Jahr ein bisschen länger genau so aus, wie ich es wollte. Und viele haben dann gesagt, Mensch, die Entwicklung haben wir uns nicht so vorstellen können. Das war eine andere Konstruktion, die war sehr aufwendig. Da konnte man zu Anfang überhaupt noch nicht erkennen, wo es mal hingehen soll, aber durch die enorm gute Pflege von ADA ist das eigentlich genau so geworden, von dem Pflanzenwachstum, von der Entwicklung, wie es mal aussehen soll. Das heißt, Ihre Vorstellung muss sozusagen jetzt, Sie müssen das übertragen, wie soll das Aquarium in drei bis vier Monaten aussehen. Und ich glaube, hier durch die Pflege von dem Galaxia-Team wird das dann auch genau so aussehen, mit den Schwerpunkten, die ich gesetzt habe, in drei bis vier Monaten wird hoffentlich hier in dem Shop oder in dem Hotel oder vielleicht auch später in dem Galaxia-Shop einfach erzählt werden. Es gibt natürlich immer noch so Additional Products, wie man sagt, aber Matthias hat auch einen Schwerpunkt darauf gelegt und ich lege den Schwerpunkt auch darauf, das soll ja hier nicht in Deutschland sagt man Heizdeckenveranstaltung werden. Das heißt, ich will Ihnen hier keine Erschung. Sämtliche Produkte verkaufen, die es gibt von ADA. Ein ganz schönes Feature, muss ich allerdings sagen, den es aktuell gibt, ist so eine beleuchtete Rückwand. Die gab es so auf dem Markt noch nicht. Vielleicht kann man die wenigstens hier einmal hinhalten oder zeigen, weil das Aquarium halt einfach auch nochmal zusätzliche Wirkung gibt. Diese beleuchtete Rückwand kann man dimmen und gerade auch zum Beispiel Fotosbecken etc. macht das natürlich extrem her. Wir halten das hier einfach nur mal ran. Warte, hier haben wir das einmal in den Stecker. Ich glaube, habe ich auch keinen Schlag oder so. Nee, nee, nee. Boah, ich steck's da vorne rein. Die ist genau auf das 60 cm Becken dann angesetzt. Sie können dieses Blaue nach oben oder nach unten machen. Das ist eine elektrostatische Folie. Und das ist so ein ganz nettes Goodie, um auch die Rückwand nochmal besser zu zeigen. Vom Grundsatz her nehmen Sie eine Milchglasfolie, die Sie hinten draufsetzen können. Vom Grundsatz her können Sie eine blaue Folie nehmen, welche Folie auch immer. Die sind ja letztendlich relativ einfach anzubringen und auch wieder abzunehmen. Aber dies ist nochmal irgendwie eine recht schöne Wirkung. Ich glaube, wenn da noch Wasser drin wäre und schon ein bisschen angewachsen wäre, die Pflanzen, dann hätten wir da eine ganz andere Wirkung. Ja, ich habe versucht, Ihnen alle meine Geheimnisse zu erzählen. Das meiste sind keine Geheimnisse, sondern wirklich alle nachweisbar, lesbar. Hier zum Beispiel hat man so eine ganz normale Milchglasfolie, die Sie da hinten aufbringen können. Hat natürlich nicht diesen Effekt, aber ist auch wunderbar. Aber Sie brauchen eine Rückwand. Sonst hat das keine Wirkung. Also die Blütenplakete, Tapete, oder selbst wenn Sie eine weiße Rückwand haben, ich finde es immer besser mit einer Rückwand dahinter. Dann würde ich sagen, wir machen einen Break oder irgendwelche Fragen. Ich versuche alles zu erklären, es ist noch irgendwas offen geblieben, dann sprechen Sie mich gleich an. Jetzt machen wir eine ausführliche Mittagspause, was ist aufgefahren. Ja, alles da. Und auch wenn wir jetzt ein bisschen Zeitverzug haben, ich werde mich versuchen, bei dem nächsten Vortrag etwas schneller zu artikulieren. Also um halb fünf, kurz nach halb fünf, wir sollten dann weitermachen, das dann weiterhin so um sechs, kurz nach sechs. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Die meisten Pflanzen, die Sie hier sehen, da wird keine aus dem Boden, das hat man früher gemacht, da wird keine aus dem Boden gezogen. Sie schneiden wirklich, auch Sie schneiden wirklich auch die Köpfe ab. Das macht nichts, weil Sie verzweigen sich danach. Und gerade der erste Schnitt, das ist ja schon wieder eine Kunst für sich, das Schneiden, eigentlich wird der erste Schnitt sehr, sehr kurz angesetzt, damit sich das dann wieder verzweigt und den nächsten Schnitt setzen Sie wieder kurz an. Dann wird nachher aus diesem Busch ein viel dichter werden. Das ist ähnlich wie so eine Buchsbaumecke. Wenn Sie die regelmäßig schneiden, wird die immer dichter. Und das müssen Sie hier auch machen. Und setzen Sie den ersten Schnitt nicht zu hoch. Nicht, dass Sie nachher sagen, es ist bis hier oben gewachsen, wie wunderschön das aussieht. Und dann schneiden Sie hier. Wenn Sie den ersten Schnitt setzen, den müssen Sie ein Stück nach zwei, drei Wochen setzen, dann setzen Sie den ganz unten. Dann sagen Sie, oh Gott, das sieht jetzt am Rüchtern nicht aus, aber ein paar Wochen später ist das alles so zugewachsen. Und dann setzen Sie den nächsten Schnitt und den zweiten Schnitt setzen Sie hier. Und den dritten hier. Und irgendwann haben Sie das auf der Höhe, wo Sie das nur sozusagen immer noch wieder kultivieren müssen. Wie oft vertragen die Stängepflanzen die Stängepflanzen? Wie oft? Das hängt von dem Wachstum an, aber ich sag mal, also wenn die kräftig wachsen, auch das sind ja auch, Stängepflanzen, die auf dem Wachstum haben, das sind die Klorien zum Beispiel nicht oder die Anubi, aber die Sozi sind sie schon. Alles hier auch noch rum oder müssen Sie da alles geben, das secken wir sie schon und das ist nicht schön, wenn Sie die immer nur hier setzen. Ich meine, wie oft vertragt der Stängepflanzen? jeden Tag. Können Sie sich jeden Tag schneiden, Ihre Haare vertragen das auch. Also Sie können die nicht oft genug schneiden, aber es wird dann natürlich auch unschön sein. Aber Sie können die nicht